so hallo zusammen herzlich willkommen zu diesem kleinen kurs über das abgelehnte from gambit abgelehntes from gambit was ist das das abgelehnte from gambit entsteht nach den zügen und jetzt wechsle ich hier ins fenster f4 moment falsches fenster doch schon richtig f4 e5 und hier könnt ihr in manchen büchern schon lesen dass das die grundstellung sei des from gambit ob abgelehnt oder angenommen sein oder hingestellt das natürlich nicht so weil in dieser stellung kann weiß natürlich statt zu schlagen und dann sind wir im from gambit kann in dieser stellung weiß natürlich auch e4 spielen ja und was haben wir dann dann haben wir die zukunftstellung das königs gambit was was komplett anderes ist aber das geht also wenn wenn weiß sagt ich spiele mit f4 die bird eröffnung und wenn schwarz e5 das from gambit anbietet dann spiele ich einfach e4 und wechsel ins königs gambit aber mal gucken ob schwarz überhaupt ein e4 e5 spieler ist und sich im königskampf auskennt ist dann sozusagen schon mal gleich die erste empfehlung wie man denn das forum gambit ablehnen kann man kann es ablehnen indem man überleitet ins königs gambit dann sollte man als beispiel natürlich das königs gambit kennen das wäre natürlich schon ganz gut aber das ist ist eine überraschungsgeschichte denn wie wir gleich feststellen werden weiß wenn weiß im ersten zug f4 die bird eröffnung spielt dann muss er vor diesem ersten zug f4 wissen was er gegen e5 macht gegen alle so gut wie alle anderen schwarzen erwiderungen gegen die bird eröffnung sollte man natürlich auch ein bisschen wissen oder sich vorher überlegen was mache ich denn so aber man ist deutlich flexibler gegen das form gambit gegen erstens f5 e5 gegen e4 muss man vorher wissen was man tut warum naja das form gambit geht jetzt so weiter statt überleitung ins königskambit mit e4 schlägt weiß auf e5 und schwarz spielt d6 das ist die grundstellung des form gambits hier sind wir jetzt so und wie ich schon beim ersten zug jetzt sagte entsteht das ganze aus der bird eröffnung heraus aus der erstens f4 eröffnung und deswegen gehen wir dahin noch mal zurück weil f4 die bird eröffnung ich nenne sie auch sehr gerne die feuervogel eröffnung man darf durchaus auch mal andere oder alternative namen für eröffnung in die in die welt hinein setzen die bird eröffnung erstens f4 ist vermutlich die eine der am meisten unterschätzten oder falsch eingeschätzten eröffnungen basierend auf dem ersten zug von weiß sie ist wenig in der praxis verbreitet auf großmeister oder super großmeister ebene erstaunlicherweise auch im amateur bereich im online bereich sogar noch weniger verbreitet ich habe mir den spaß das mal gemacht und das mal statistisch ausgewertet und klar dass die dass der erzug erstens f4 im im meister schach und da greife ich dann auf die chessbase megabase datenbank zurück und zähle einfach nur oder oder lass die zählen die eröffnungszüge und lassen wir das zeigen da spielt f4 gegenüber erstens e4 erstens d4 erstens c4 erstens springer f3 eine deutlich untergeordnete rolle ja da ist ein großer großer gap bevor dann f4 in der häufigkeit kommt und im amateur online bereich ist das zu meiner groß das war in der tat meine überraschung noch viel krasser da wird f4 noch weniger gespielt die empirische basis dafür ist eine monatsdatenbank des schach online portals lichess und zwar habe ich mir da schon vor in den letzten monaten einen monatsdatenbank mal heruntergeladen das kann man nämlich auf lichess machen das ist auf chess.com und anderen portalen nicht so leicht möglich beziehungsweise gar nicht möglich ich wüsste nicht wie es gehen sollte auf lichess gibt es eine seite da kann man sich für jeden monat wenn der abgeschlossen ist alle im standard schach also ohne diese jux geschichten wie king of the hill oder sonst was im normalen standard schach allerdings über alle bedenkzeiten vom bullet bis zum klassik alle partien eines monats herunterladen gezippt komprimiert und damit fängt die arbeit natürlich erst an weil das ganze dann zu so zu zerlegen und zu bearbeiten dass man das mit einer schachdatenbank überhaupt auswerten kann das dauert ein bisschen da sollte man also ein rechner haben der ja also mindestens normale power aber vor allen dingen viel zeit hat weil da laufen dann schon ein paar tage oder was eine woche eine auswertung so eine analyse denn da reden wir von knapp 90 millionen partien in einem monat 90 millionen die gesamte chessbase megabase datenbank über alle jahrhunderte hinweg nährt sich so langsam der zehn millionen marke und auf im online schach wird in einem einzigen monat auf einem einzigen portal und leechess ist ja bekanntlich nicht das größte portal also auf chess.com wird mehr gespielt ich kann ich aber nicht sagen wie viel das kann man nur ungefähr ausrechnen aber auf leechess im zweitgrößten portal werden rund 90 millionen partien in einem monat gespielt so und dieser und ich habe mir den monat november 2022 rausgepickt und das wird auch auf längere zeit meine meine empirische basis bleiben weil der der aufwand den ich hatte um diese partei halb partei die diese datei halbwegs bearbeitbar zu halten war schon ziemlich lange das heißt das werde ich dabei auch belassen aber es ist statistisch erstmal als als größe genug und in diesen 90 millionen online partien wird tatsächlich erstens f4 noch weniger prozentual noch weniger und seltener gespielt als die großen züge e4 d4 c4 springer f3 selbst so krumme züge wie erstens e3 werden häufiger gespielt im amateurschach bereich als f4 jetzt könnte man sagen na ja gott warum beschäftige ich mich überhaupt damit na ja für den weiß spieler ist das eine gute nachricht denn wenn der weiß spieler sich sagt ich interessiere mich für die bördereröffnung für f4 und zwar nicht als überraschungswaffe sondern als standardrepertoire dann kann er als amateurspieler als einsteiger als fortgeschritten als meisterkandidat davon ausgehen dass seine schwarz spielenden gegner das relativ selten auf dem brett haben und deswegen deren theoriekenntnisse grundsätzlich eher als weniger ausgeprägt erwartet werden dürfen als wenn man ich hätte fast gesagt was normales spielt e4 d4 c4 oder springer f3 aber darüber hinaus geht das plädoyer das ich für die bördereröffnung hier halte noch weiter denn es gibt das eine die praktischen die praktischen möglichkeiten die man mit einer eröffnung hat aber es gibt eben auch die eröffnungstheoretische bewertung und da ist es so und deswegen muss man sagen ist die bördereröffnung in der in der eröffnungstheorie schwankt so ein bisschen zwischen exotisch und ein bisschen randständig ja aber aber nicht aber aber nicht hasardeur auch nicht abseitig auch nicht irgendwie crazy wie vielleicht erstens g2 g4 grob angriff oder so nee 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 da sagt auch die eröffnungstheorie nicht dass die bördereröffnung so er etwas ungünstiges ist für für weiß die eröffnungstheorie zusammengefasst das steht nirgendwo so in einem satz aber wenn ihr alle sätze die die eröffnungstheoretiker mal zur bördereröffnung so zusammengetan haben mal dass das zusammenstellt dann kommt als ergebnis dabei raus weiß kann die bördereröffnung spielen f2 e4 ist kein schlechter zug aber man hält e4 d4 c4 springer f3 für besser warum weil gegen f2 e4 schwarz sehr viele bequeme ausgleichswege hat sagt die eröffnungstheorie sagt nicht ich sagt die sagt die eröffnungstheorie schwarz kann recht bequem auf viele art und weisen ausgleich erreichen nach der eröffnung so und dann sagt sich natürlich eine öffnungstheoretiker mit weiß will ich auf gewinn spielen da ist ja über im tennis tennis hat der spieler der den aufschlag hat der will das aufschlag spiel gewinnen das ist das normale sogar im tennis gibt es ja kein unentschieden im unterschied zum schach deswegen hinkt der vergleich immer etwas aber er hinkt noch ein bisschen es passt dann schon wenn man sagt der weiß spieler ist im vorteil in seiner partie gegen schwarz so ähnlich wie der tennisspieler der den aufschlag hat weiß spielt auf gewinn oder spielt zumindest erst mal auf auf vorteil aus der eröffnung heraus und schwarz hat schon viel erreicht wenn er aus der eröffnung mit ausgleich herauskommt es ist auch okay für schwarz wenn er mit einem leichten nachteil herauskommt darf halt nur nicht zu groß sein der nachteil aber wenn er sogar mit ausgleich aus der eröffnung herauskommt dann sagt schwarz ist doch prima so und das ist der wenn man so will der vorwurf gegen die bird eröffnung gegen die feuervogel eröffnung f2 f4 dass die eröffnungstheorie zu dem ergebnis kommt schwarz kann auf nicht nur auf einem weg sondern gleich auf mehreren wegen ausgleich erreichen jetzt kommt die praxis wieder ins spiel um das zu erreichen muss schwarz allerdings auch einiges an eröffnungstheorie kennen ja und es ist nicht so einfach in der praxis es reicht nicht wenn man sich nicht so gut auskennt und das zweite es gibt eigentlich kaum so gut wie keinen weg in der schwarz gezielt gegen die bird eröffnung auf vorteil spielen kann so und jetzt kommen wir zu der frage welche eröffnung oder welches eröffnung system sollte sich ein einsteiger der eben nicht einfach nur spielt nur wie ein anfänger sondern jetzt als einsteiger sich anfängt ein eröffnungsrepertoire aufzubauen was sollte er denn da machen bzw was hat er denn für eine zielrichtung und ein einsteiger oder auch ein fortgeschrittener sage ich sollte versuchen schach zunächst mal nicht noch komplizierter zu machen als es für ihn ohnehin schon ist schach ist ein kompliziertes spiel und es gibt keine vereinfachte version von schach das mit darin unterscheidet sich schach auch von go kennt vielleicht das go das brett spielen 19 mal 19 linien und dieses asiatische brettspiel und da gibt es die möglichkeit für einsteiger die komplexität herunterzubrechen indem man einfach nicht auf einem 19 mal 19 linien brett spielt sondern auf einem 11 mal 11 oder auch nur 9 mal 9 das gibt es im schach nicht man kann im schach nicht sagen statt statt 8 mal 8 felder spiel vielleicht nur auf 6 mal 6 oder 4 mal 4 ja oder wir nehmen die türme vom brett oder oder die läufer die springer das ist ein komplett anderes spiel es hat damit schach nichts mehr zu tun das heißt schach ist für den einsteiger genauso kompliziert wie für den großmeister oder gar den super großmeister der großmeister allerdings findet das prima der der kann es ja ja der großmeister findet komplexität gut und der mit weiß spielende großmeister will eröffnungen vermeiden in denen es zu früh zu einfach wird deswegen hat ja hassen vielleicht zu viel gesagt aber ja doch also hassen großmeister also manche tut es wirklich ich sag nur simon williams die die hassen eröffnungen die den früh getauscht wird abtausch variante der französischen verteidigung oder noch krasser die abtausch variante in der spanischen eröffnung da kriegt simon williams unser sympathischer englische großmeister streamer videoautor der auch hier auf chess able viele super tolle kurse hat da kriegt er hat er kriegt einen herzinfarkt fast weil abtausch varianten die von lassen das spiel verflachen und er ist ein angriffsspieler und er empfiehlt das auch für für amateurspieler wie wie dich und mich und da gehe ich eine etwas andere linie in der tat da unterscheide ich mich mit ihm von von ihm ja gerade die abtausch variante in der spanischen eröffnung ist für einsteiger und auch für fortgeschrittene eine super eröffnung mit der man sehr viel erfolg haben wird weil weiß einfach einen einen permanenten durch die bauern struktur bedingten vorteil aus der eröffnung heraus erzielt und schwarz nur noch ums remis spielt für großmeister ist kein problem die schwarzen die mit schwarz spielenden großmeister gegen die spanische abtausch variante in 99 von 100 partien halten die remis eine verlieren sie gewinnt sie keine mit schwarz das heißt der was ich meine ist dass der dass der einsteiger und auch der fortgeschrittene im schach bei seiner eröffnungswahl andere kriterien anzulegen hat bei seinem aufbau eines eröffnungsrepertoires als der großmeister der 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 einsteiger und der fortgeschrittene der will zunächst mal eine eröffnung überleben und gut aus einer eröffnung heraus zu kommen ist ja schon prima wenn die engines und die eröffnungstheoretiker sagen ja ja mit der stellung könnte so aus der eröffnung herauskommst hast du mit weiß keinen nachteil ausgeglichen vielleicht ein bisschen vorteil aber vor allen dingen dann mit plänen herauskommen das heißt mit einer erst mit einer mit eröffnung aus der eröffnung herauskommen mit stellungstypen in denen man dann als amateurspieler als nicht meisterspieler weiß wie man denn im mittelspiel weiterspielt und zwar nicht wegen auswendig gelernter zug folgen sondern wegen der ideen die man kennt und und versteht und verstanden hat weil man sich darauf vorbereitet hat und dafür ist die bird eröffnung ist die feuervogel eröffnung und damit schließt sich der kreis jetzt perfekt geeignet perfekt geeignet es geht bei wenn man die börder eröffnung spielt nicht darum oder sehr wenig darum viel weniger als in anderen eröffnungen varianten konkret auswendig zu lernen mit konkreten zug folgen das macht den kurs hier auch ein bisschen schwierig wenn man so will weil die stärke von chess able kursen liegt ja auch in diesem move to move trainer der natürlich super perfekt passt wenn man eine variante wirklich mit einer bestimmten zugreihen folge auswendig lernen kann oder sollte das ist bei der bird eröffnung eigentlich so nicht der fall hier geht es um ideen und pläne und um also in den meisten in meisten varianten und nicht zwingend um eine konkrete exakte zugreihen folge wie man das aus abspielen der spanischen öffnung der sizilianischen verteidigung mit all ihren varianten dies da gibt wo das durchaus notwendig ist oder auch anderes beispiel zwei springer spiel im nachzug früher altmodisch auch preußische verteidigung benannt auch da ist die exakte zug folge schon fast partie entscheidend das ist bei der bird eröffnung nicht dabei hier geht es um ideen und um pläne wie man sich denn hier aufstellen kann und das ist für weiß für einen einsteiger für einen fortgeschrittenen und ich sage auch für einen meisteranwärter eine hervorragend geeignete etwas exotische etwas randständige aber absolut seriöse der engländer würde sagen sound opening absolut seriöse eröffnung für spieler die gerne bereit sind auch selbst ein bisschen schon in der eröffnungsphase nachzudenken und vor allen dingen aber auch ihren gegner zum eigenständigen nachdenken zu zwingen und recht frühzeitig in eigenständige partien überzuleiten statt sich bis zum 25 zug eine memorisierte auswendig gelernte variante aus dem kopf zu drücken und nur kurzer überblick ins ins from gambit in das in das problemfeld des der bird eröffnung hineingehen kurzer überblick über das was es so an plänen in der der bird eröffnung in der feuer vogel eröffnung für für weiß gibt da gibt es zum einen haupt erwiderung zum beispiel d5 wobei schwarz im ersten zug auch schon recht frei ist dinge zu spielen da kann es gibt auch ganz andere erwiderungen als als d5 oder ersten springer f6 da gibt es springer f3 springer f6 und jetzt das sogenannte klassische system in dem sich weiß mit e3 aufbaut dann kommt c5 d3 die vier und zitierung ist bei schwarz sehr beliebt gegen den gegen die bird eröffnung läufer e2 läufer g7 beide seiten hochieren das ist das sogenannte klassische system in der bird eröffnung gekennzeichnet dadurch dass die weißen bauern hier auf d3 und e3 stehen dass der läufer auf e2 steht man kurz ruchiert und dann mal sich weiterentwickelt schaut wie es weitergeht und doch ein bisschen auch darauf abzieht dann den vorstoß e3 e4 vorzubereiten das klassische system in der börder öffnung dann gibt es f4 d5 springer f3 springer f6 e3 weiterhin aber jetzt g6 schon d4 läufer g7 läufer d3 beide seiten hochieren c5 c3 in dieser oder ähnlicher zugfolge das kann auch aus anderen zugfolgen entstehen der sogenannte stonewall der gekennzeichnet ist das weiß sich mit seinen bauern so aufbaut f4 e3 d4 c3 das kennt man mit schwarz aus der holländischen verteidigung was ähnliches da stehen dann die die bauern auf f5 e6 d5 und c6 das ist der stonewall in der holländischen verteidigung hat denselben namen in der börder öffnung ist aber was anderes das ist ganz wichtig wenn man die börder öffnung spielt dann spielt man nicht holländisch mit weiß umgekehrt spielt man mit der holländischen verteidigung also d4 f5 spielt man nicht die börder öffnung mit schwarz es gibt optische ähnlichkeiten natürlich in der unübersehbar aber der anzugsvorteil macht einen erheblichen unterschied aus auch die stonewall formation in der börder öffnung ist keine verteidigung denn sonst könnte man jetzt schon als erstes gegen argument oder als ersten kritikpunkt anführen ja wenn ich in stonewall mit weiß spiele jetzt hier mit mit aus der börder öffnung heraus da will ich ja nur verteidigen ja je nachdem gegen wen man spielt ich sag mal wenn ich wenn ich mal zufällig gegen magnus karzen spielen müsste dann mit weiß ich hätte ich hätte zumindest weiß dann würde ich natürlich auch verteidigung spielen das heißt der stonewall mit weiß hier ist auch die von schwarz schwer zu knacken aber es ist nichtsdestotrotz trotzdem auch noch eine angriffseröffnung ja also es geht halt ein bisschen langsamer mit dem angriff voran aber nichtsdestotrotz will man auch mit weiß wenn man wird eröffnung und stonewall aufbau spielt die partie gewinnen und wenn man mit schwarz die holländische verteidigung den stonewall spielt dann ist man mit remy zufrieden das ist ein unterschied das ist ein unterschied und der unterschied steckt im anzugsvorteil ganz ganz wesentlich ganz erheblich und nicht darin dass die felderfarbe in der in der stonewall formation mit behörd mit weiß eben eine schwarze ist und in der holländischen verteidigung stehen die stonewall bauen auf weißen feldern die stonewall formation ist eine durchaus empfehlenswerte empfehlenswerter aufbau wenn man bird spielt es ist vor allen dingen aber auch für bird spieler ein gutes backup ein fallschirm ein rettungsfallschirm manchmal baut sich schwarz irgendwie ein bisschen komisch auf oder man wird nicht baut sich anders auf als man es erwartet hat oder man ist unsicher mit dem eigenen weißen weißen eröffnungszügen und will irgendwie auf nummer sicher gehen und dann ist es gute empfehlung praktikabel also praxistauglich im zweifelsfall seinen normalen plan den man sich wenn man sich zum vielleicht eher in richtung klassisch aufbauen wollte oder damen vier städte wo wir gleich zu kommen stattdessen sich um zu switchen und eine stonewall formation einzunehmen und erst mal zu schauen wie es weitergeht ja weil es ist sehr stabil wenn ich sage damen vier städte dann meine ich den aufbau f4 d5 springer f3 springer f6 wieder e3 c5 und jetzt b3 das ist das sogenannte darm fianchetto im bird system ich finde man sollte nicht bird eröffnung sagen sollte bird system sagen es ist also ein weißes feld um es mit hier oder fontane zu sagen es ist eine 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 ein großes eigener eröffnungskontinent wenn man so will der relativ wenig überleitungen hat zu anderen eröffnung also je nachdem wie schwarz es darauf anlegt kann man mit dem ersten zug f4 mit der bird eröffnung in sizilianisch landen allerdings dann in sizilianisch mit f4 mit dem sogenannten grand prix attack und in aller regel in einer für weiß günstigeren variante des grand prix attacks als wenn man mit e4 die partie begonnen hätte man kann man in pirtsch pirtsch ufimtsev stellungen landen aber auch da in aller regel in varianten die eher vorteilhafter für für weiß sind man kann natürlich auch immer in der oren verteidigung in der modernen verteidigung landen wie immer wenn schwarz im ersten zug einfach b7 b6 spielt da kann man nichts dran ändern aber das schaut ja auch nichts weil das sind jetzt ja auch keine bedrohungen für 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 den weißen aufbau hier ist es das damen fianchetto dass ich gerade für einsteiger wärmstens empfehle ich nenne dies auch den einfachen den sogenannten einfachen feuer vogel der eine ganz simple idee hat die aber in der praxis gerade im amateurschach sehr erfolgversprechend ist nämlich wenn schwarz sich mit e6 läufer b2 springer c6 läufer b5 und wenn jetzt sowas etwas gesagt unüberlegtes kommt wie läufer e7 oder auch läufer d6 das ist die grundstellung des einfachen feuer vogels wird im damen fianchetto dann schlagen immer tauschen auf c6 wenn schwarz gezwungen ist mit dem b7 bauern auf c6 zurückzuschlagen denn das was jetzt hier entstanden ist da sagt die engine ist ausgeglichen wenn man da eine analyse drüber laufen lässt auch eine stunde oder zwei sagte ja ist ein bisschen besser für weiß aber ist im grunde genommen ausgeglichen weil schwarz hat ja das läuferpaar ja schwarz hat das läuferpaar und schwarz hat eine kaputte bauernstellung und die ist nicht nur optisch kaputt die ist auch in der praxis kaputt also kaputt ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber sie ist in der praxis für schwarz schwer zu spielen ist jetzt nicht das thema dieses kurses wenn wir nochmal extra kurs machen über den einfachen feuer vogel aber wenn man eine solche stellung erreicht gerade im amateurschach ja und damit meine ich jetzt eben auch online spieler bis 2000 rating oder oder drüber ja klammer auf ich spiele seit einigen jahren jetzt mit weiß so gut wie ausschließlich f2 f4 mein schnellschach rating auf chest.com liegt im moment auf etwas über 2230 also das geht ja also da hat mich zumindest die eröffnung nicht daran gehindert muss man sozusagen dieser einfache feuer vogel im damen fairen schetto des der bird eröffnung ist eine eine hervorragende eröffnung varianten empfehlung oder repertoire empfehlung gerade für einsteiger und fortgeschrittene so ähnlich wie ich auch nicht müde werde wenn jemand halt partout nicht f4 im ersten zug spielen will sondern e4 und spanisch die abtauschvariante im spanisch in der spanischen verteidigung absolut als mehr als 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 praxis tauglich sondern als überaus chancenreich und erfolgsversprechend für weiß anzusehen diese drei systeme das damen jahren schetto der das klassische system und der stonewall spielen in der meister praxis in der großmeister praxis der bird eröffnung eine untergeordnete rolle wenn großmeister bird eröffnung spielen f24 spielen dann spielt sie was anderes nämlich d5 springer f3 springer f6 und jetzt eben nicht e3 nicht das hier sondern g3 die fernschettierung des königsläufers das ist das sogenannte leningrader system in der bird eröffnung und das ist das was großmeister spielen weil das für die auch in der öffnungstheoretischen analyse für weiß die besten theoretischen erfolgsaussichten mit sich bringt dann spielt schwarz g6 beide seiten fernschettieren ihre läufer beide seiten ruchieren kurz d3 c5 c3 springer c6 das ist die grundstellung der leningrader variante in der bird eröffnung meine empfehlung für einsteiger und fortgeschrittene stellt das zurück beginnt wenn ihr beginnt mit bird und beginnt mit der bird eröffnung mit den drei anderen genannten insbesondere mit dem einfachen feuervogel damen fieren schetto einfacher feuervogel klassisches system ehrlich gesagt spiele ich das kaum stonewall aber gerne auch als backup wenn irgendwas komisch läuft und man ein kleines sicherheitssystem haben will und macht das so lange bis hier eben aus dem den den status oder die stufe des fort des einsteigers und vielleicht sogar des fortgeschrittenen hinter euch gelassen habt und eben auch mehr gegner bekommt mit einem rating weit über 2000 und beschäftigt euch dann immer mal so als 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 alternative einstreuen der leningrader variante hier ist das nur als schmankerl die aktuelle der stand der aktuellen glaube ich das glaubt schon richtig eröffnungstheorie nicht so eher ältere züge wie damit c2 oder so sondern das hier springer a3 das sogenannte polarbären system hat henrik danielsen erfunden der däne sonne henrik dann ist es glaube ich dänischer großmeister und experte der bird eröffnung und hat dazu auch zwei bücher geschrieben ist eins ich glaube das kann man zwei bänden raus bücher sind nicht so toll weil denn jetzt sind nicht sehr viel zeit damit verbringt was zu erklären also das ist viel notation aber wenig erklärung aber ist das einzige was dann dazu gibt und henrik denn jetzt gilt als experte der bird eröffnung und da bist du als großmeister schon experte wenn er das fünfmal im jahr spielt also ist jetzt auch nicht so dass henrik dennielsen eine experte für bird ist und das immer spielt es gibt ja leute die sind experte für für französisch oder für für sitz ja nicht neidorf system und die spielen das immer also 80 oder zumindest 80 prozent ihrer partien denn jetzt sind es weit davon entfernt 80 prozent seiner partien die er mit weiss spielt mit f2 e4 zu eröffnen aber wenn man schon 20 prozent seiner partien damit eröffnet dann gilt man unter den exoten bereits als experte so verrückt ist die welt also ich spiele abgesehen vom fernschach was ich auch spiele spiele ich im schnellschach online schnellschach online klassisch da wo es das mal gegeben hat es gibt es auf chess.com ja wo ich jetzt spiele nicht auf lead chess gab es das oder auch im blitz mit inkrement spiele ich ausschließlich so gut wie ausschließlich f4 also da komme ich auch nahezu auf 100 prozent und ja gut dann ist man vielleicht kein experte weil nur wenn man etwas auf tut heißt ja nicht dass man es kann aber aber es geht ja aber es geht und das ist das leningrader system und ich habe das jetzt relativ ausführlich hier mal vorgestellt weil ich ein plädoyer halten will für die bird eröffnung dass man sich als einsteiger und auch als fortgeschrittener und erst recht noch darüber hinaus die bird eröffnung f2 f4 bei mir heißt sie die feuervogeleröffnung oder der feuervogel weswegen ich auch von meiner von meiner streamer community von einer twitch community gelegentlich als der feuervogelmann bezeichnet werde weil ich das so oft spiele das ist absolut eine eine seriöse und sehr erfolgsversprechende eröffnung diese feuervogeleröffnung dieses erstens dieses erstens f4 und naja kann man sagen ja das kann ich ja mal ausprobieren das kann ich ja mal machen und damit kommen wir zum thema dieses kurses endlich es gibt eine erwiderung von schwarz die für weiß ein grundsätzliches problem darstellt sowohl ein schachliches wie ein mentales wie ein psychologisches und das ist eben genau das hier f4 e5 neben der symmetrie variante die wenig gespielt wird ist e5 als erwiderungszug gegen die bird eröffnung das einzige das schwarze dass das weiß es nicht mehr ermöglicht unter den eben genannten plänen zu wählen oder sich überhaupt flexibel aufzustellen und mal gucken wir was 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 wir heute mal spielen wenn wenn schwarz d5 im ersten zug spiel oder springer f6 oder spielt man erst mal springer f3 oder auch gleich g3 oder wo was auch immer also nicht was auch immer aber man hat die wahl nach e5 gibt es keine wahl dass man hat jetzt nur noch die wahl mit e4 die börter öffnen zu verlassen und das königskambe zu spielen das mit sicherheit nicht jedermanns sache ist und vor allen dingen dass man ja auch lernen muss und damit kommen wir zum psychologischen problem dieses from gambit wie es hier auf dem brett steht gilt in der theorie als etwas das man lernen muss weil alle bücher die ich jedenfalls kenne davon ausgehen und auch alle videos die ich dazu gesehen habe dass man schlägt ja natürlich und nach d6 dass man wieder schlägt das ist das angenommene from gambit das geht bei manchen bücher und videos sogar ganz schnell sie sagen from gambit ist dass das hier f4 e5 schlägt d6 schlägt wieder und läufer schlägt die sechs zurück so sagen das ist die grundstellung des from gambits was ist falsch das ist die grundstellung des angenommenen from gambits und dem ist ja so sieht ja so aus als ob man dem mit weiß als vier spieler gar nicht entgehen kann weil wie ich verzeigte auf die fünf schlagen dann d6 ja was man anders tun als schlagen da kommen wir gleich zu was man anderes tun kann aber dann käme ja das dabei raus so und das ist die grundstellung des angenommenen from gambits wo gute nachricht die eröffnungstheorie mit engine unterstützung versteht sich weil wir reden ja hier von einem gambit und da müssen können die engines ja rechnen und uns wirklich helfen weil es ja sehr 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 viel taktik ist und weniger um positionelle überlegungen geht wo auch eine engine ihre grenzen hat hier ist aber taktik angesagt und die gute nachricht ist die analysen haben ergeben dass das für weiß gut ist gut im sinne von sogar noch ein bisschen besser als gut der gambit bauer ist dergestalt oder der vorteil für weiß in der stellung der materielle vorteil ist so dass wenn er alles richtig macht jetzt in der verteidigung jetzt greift der schwarz an und wenn sich weiß jetzt korrekt verteidigt dann hält er entweder den gambit bauern und geht mit einem mehr bauern ins endspiel und ich hätte fast gesagt was will man mehr verlangen von der eröffnung oder aber es weiß gibt den gambit bauern zurück oder sogar in einer sehr scharfen variante opfert eine qualität mit immensem positionellen vorteil also dreht sozusagen die das das opfer tablett einmal um und sagt jetzt auch für ich was nämlich eine qualität habe aber dann selber den den positionellen vorteil lange rede kurzer sinn das angenommene froben gambit ist für weiß kein problem wenn er es kann deswegen kommt das in der großmeister und in der meisterpraxis auch nicht mehr so oft vor weil es ist ja dass die großmeister kann ja alles ne also jedenfalls sehr viel und da kommt es wirklich nur noch als überraschungswaffe vor aber nicht als dass man sich wirklich doch dass man sich darauf vorbereitet dass man weiß aha der gegner spielt f4 also gegen henrik dennelschen glaube ich spielt kein mensch mehr das froben gambit weil man ja weiß dass er sich mit der börter eröffnung auskennt also kennt er auch das angenommene froben gambit in und auswendig und wenn man das kann als weiß ist es kein problem dann freut man sich wenn es kommt aber wer von uns kann es von uns meine ich jetzt nicht uns großmeistern weil ich bin ja nur arena großmeister ich bin ja kein richtiger unter amateurspielern den berühmten club playern wie der engländer sagt wobei ich nicht weiß nur dass nur weil einer im klub ist ist er hat hat es sagt das ja noch nichts über seine spielstärke aus ob er jetzt anfänger einsteiger fortgeschrittener meisterkandidat ist klubs sind sie alle aber sei es drum für amateurspieler und erst recht für online amateurspieler die können das oder beherrschen das angenommene froben gambit nicht in einem maße in dem ist die eröffnungstheorie eigentlich eigentlich verlangt und erwartet um damit vergleichsweise entspannt mit weiß dagegen zu spielen man sieht es ja hier mehr oder weniger schon auf dem ersten auf den ersten blick schwarzen bauern geopfert ja hat aber ein entwicklungsvorteil und guckt über die schwarzen felder ganz massiv auf den weißen königsflügel der hier der weißfällige läufer hat bereits auch freie sicht ja die springer sind huchtig zu entwickeln natürlich hat weiß sich durch auch züge so ist es ja nicht aber der druck gegen den weißen königsflügel der ja im grunde genommen bisher nichts anderes gemacht hat als sich hier eines bauern zu entledigen weil es steht ja in der grundstellung da das einzige was weiß nicht mehr hat ist ein bauer auf f2 dafür hat dann bauern mehr weil bei schwarz fehlen zwei nämlich der e7 und der d7 die sind nicht da aber ansonsten hat sich hier auf weißer seite nichts entwickelt man wundert sich fast sogar ein bisschen dass die kompensation für schwarz in diesem gambit nicht ausreicht dass also die 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 analysen die engine gestützten analysen zu dem ergebnis kommen dass das für schwarz nicht wirklich zu empfehlen ist aber nur eine theorie und in der praxis ist das wärmstens zu empfehlen es wird sehr gerne von schwarzspielern gegen weiß spielende berg gegen börspielte weiß spieler gewählt von schwarzspielern die im rating deutlich über ihrem gegner sind die sich als taktik spieler sehen die davon ausgehen dass ihre taktischen fähigkeiten deutlich stärker sind als die ihres weiß spielenden gegners und das hat auch absolut seine berechtigung denn in der praxis ist ein solcher angriff den jetzt hier schwarz beginnt als angriffspieler deutlich leichter zu spielen als als verteidiger am verteidiger aber das ist nicht nur beim vormkambit so das zieht sich durch alle schachvarianten und eröffnungen weisheiten ist es so der verteidiger kann sich sehr häufig nicht mal einmal ein zweites oder drittbesten zug erlauben muss man den besten finden und damit die verteidigung hält der angriffsspieler ist natürlich auch immer gut wenn den besten zug findet und spielt aber häufig geht die welt für ihn auch noch nicht unter wenn er nur den zweites oder drittbesten angriffszug spielt und das sogar mehrfach dann wird der angriff zwar schwächer aber er ist noch da oder im allerschlimmsten fall wird der angriff dann durch schlechtere angriffszüge abgewährt oder beendet und man steht man damit in minus bauen aber da kann man die partie immer noch versuchen zu halten während wenn der verteidiger in einer taktischen taktisch geprägten verteidigungsstellung einmal nicht den richtigen zug findet dann ist die partie in aller regel zu ende im sinne von verloren und das macht es ebenso schwierig und was das in der praxis bedeutet können wir uns mal angucken mit einem etwas gesagt abschreckenden partie beispiel und zwar switchen wir dafür mal hierhin ich muss hier wieder ein bisschen handarbeit machen ist ja alles ist ja alles handarbeit hier über mir so und zwar fensterwechsel zu dieser stellung ja gut gesehen und die grundstellung zu einer partie die gespielt wurde ganz frisch also relativ frisch aus dem letzten jahr im april 2022 und zwar auf der russischen meisterschaft der u20 jährigen also junge burschen auf den fotos die ihr nicht sehen können sie ehrlich gesagt noch deutlich jünger aus als 18 oder 19 aber sind sie vielleicht auch aber so stark dass sie dann eben auch bei der u20 mitspielen konnten und zwar ist das eine partie die ich ausgewählt habe zwischen dimitri zeu und woloda murzin ja also zwei russische jungspieler aber was heißt jetzt jung weiß mit einem rating und zwar reden wir nicht von einem online rating sondern vom klassischen over the board rating von 2362 also bären stark ja 2362 schwarz murzin hat ein rating von 2532 also noch mal fast 200 punkte mehr also 2362 gegen 2532 und weiß spielt e4 und schwarz spielt e5 ich habe natürlich beide jungs nicht nicht befragen können insbesondere schwarz nicht aber das ist der klassiker ja schwarz sieht sich als obwohl er mit schwarz spielt aber jetzt hier als partie als rating favorit also das sind ja 170 rating punkte die er mehr hat und will gegen den gegen die börte eröffnung hier auf gewinn spielen und dann spielt er in fünf dann spielt er das form gambit und weiß schlägt schwarz spielt die sechs und springer f3 d5 die zukunftstellung ist jetzt hier so das angenommene from gambit entstanden ich habe kurz ein bisschen gezuckt hat eigentlich hier die 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 zugfolge der ablehnung gespielt aber durch zukunftstellung ist jetzt hier das angenommene normale angenommen from gambit entstanden das eben sonst nach d6 und man schlägt und läufer d6 und springer f3 entsteht so genau diese stellung die wir jetzt hier haben auf dem brett haben und der partieverlauf das ist jetzt eine vergleichsweise kurze partie zwischen zwei starken spielern aber eben auch mit einem weiß spieler der eben über 2350 rating punkte hat und sich vorbereitet hat auf die partie und deswegen ja auch damit rechnen musste dass from gambit gespielt wird wenn man mit wenn man erstens f4 spielt muss man damit rechnen dass ein gegner erst recht wenn er stärker ist rating stärker ist dass from gambit probiert und das türkische am from gambit ist auch dass schwarz nicht einen festgelegten weg hat wie es jetzt weitergeht ja also früher hat man sehr viel jetzt g5 gespielt neuerlich spielt auch jetzt auch läufer g4 aber man spielt zum beispiel auch springer f6 wie in dieser partie und alles kann weiß meines erachtens erst recht nicht ein ein eben nicht berufsspieler nicht nicht auswendig lernen und im kopf haben insbesondere deswegen nicht weil es dann wiederum so oft dass from gambit auch nicht vorkommt es jetzt auch nicht so dass die hälfte aller partien die mit f4 spielt in dem form gambit begegnet aber es sind halt 20 prozent oder zehn prozent und es schwebt halt immer über einem und man muss damit umgehen und man will ja auch nicht so viel zeit und das müsste man man müsste um das angenommene from gambit wirklich zu beherrschen so viel zeit in das studium eben dieses angenommenen from gambit investieren wie in alle anderen wird eröffnungen zusammengenommen und das ist es jetzt beides erachtens aus auch gründen der praktikabilität nicht wert da muss man anderen weg finden denn wenn man das dann mehr oder weniger locker spielt aus dem stand spielen soll ich werde die verteidigungszüge schon finden dann kann das furchtbar die hose gehen wie in dieser partie springer f6 springer c3 springer g4 ja man sieht es ja so hier ja wo wo mal gucken also irgendwie durch schlagen auf h2 den springer ablenken damit dann damenschach auf h4 kommt also kann man schnell bad gehen wenn man will deswegen g3 um zu sagen so nach h4 kommst du mit der dame sozusagen nie auch wenn du den springer hier vertreibst oder abgelenkt bekommst da reicht immer noch der bauer g3 der das feld überdeckt naja gut jetzt spielt schwarz h5 und sagt sich kommen als nächstes spiel h4 aber mal gucken weiß spielt e4 versucht sich durch 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 abtausch hier auf d6 den nennen wir einmal den fromläufer den schwarzen fromläufer quit zu werden und schwarz jetzt fort mit h4 so und jetzt ist hier bereits eine stellung entstanden die womöglich weiß nicht vorbereitet hat die also auch hier dimitri zeu auch bei einer russischen meisterschaft weisterschaftsturnier der u20 dann doch in seiner vorbereitung exakt diese stellung nicht hatte denn wenn man sich darauf vorbereitet und sich daran erinnert ja und das mit mit hilfe von engine überprüfung macht dann würde man feststellen dass man tatsächlich sowas komisches wie das hier spielen kann ja dass das geht ja dass hier so etwas läuft versteckt auf h2 mit d3 beantwortet werden kann dass man einfach stehen sprich hat c6 läufer g5 um die diagonale für die für die dame zu unterbrechen f6 und jetzt kann man hier schlagen an der stelle breche ich dann sogar oder noch machen die paar züge weiter f schlägt g5 springer schlecht g4 läufer schlägt g4 springer schlägt g5 d6 um hier jetzt auf dem weg über g3 was zu drohen ja der springer zurück nach e4 mit tempo und weiß steht auf gewinn hat weiß aber nicht gesehen oder nicht gespielt sondern hier nach h4 seinen ursprungsplan fortgesetzt und naja dann steht ja immer noch nicht schlechter aber halt eben auch nicht auch auch nicht auch so will auf gewinn dame schlägt d6 jetzt geschlägt h4 springer c6 d3 man sieht schon so ein bisschen weiß hat wenn er nicht genau weiß was er tut etwas schwierigkeiten seine seine figuren zu entwickeln den könig in sicherheit zu bringen gerne jetzt wahrscheinlich in die richtung lange hochrade und dann erst durchzuatmen und weiter zu spielen genau diese phase diese diesen diesen an den einen einen vernünftigen abschluss der entwicklung in der eröffnung hin zu bekommen das ist das problem für weiß im im angenommenen form gambit weil permanent es drohen einem taktische dinge um die ohren zu fliegen läufer e6 d2 lange hochrad läufer h3 versucht den läufer auf dem weg ins spiel oder irgendwie in abtausch zu bringen vielleicht auch springer g nach e5 da werden springer getauscht der springer steckt auf e5 aber zum zwischenschlagen macht schlägt der schlägt der weißwürdige läufer auf h3 und dafür frisst sich jetzt der weiße springer weiter durch bis nach c6 damit c6 greift den turm in der ecke an oder zieht nach g1 und sagt sie ist ja alles gut ruhiger zug war turm h e8 man hat also weiß hat schon einiges abgetauscht weiß hat auch zwei mehr bauern jetzt wobei man zugeben muss dass so ein doppelbauer auf der auf der h-linie jetzt nicht unbedingt allzu viel wert ist aber zwei mehr sind zwei mehr und schwarz spielt damit die 1 und übersieht turm d4 erfreulicherweise übersieht schwarz ist aber auch und spielt turm d6 so und damit hat weiß noch mal eine chance davon zu kommen was er aber nicht tut er spielt das naheliegende läufer f4 und jetzt bricht es sehr schnell zusammen läufer f4 ist ja naheliegend der läuft den läufer entwickeln mit mit tempo ist doch man sagt doch immer mit tempo entwickeln ist doch prima läufer entwickeln mit tempo und danach dame d2 und dann kurz ruchade und dann erstmal durchatmen ist doch ist doch prima dann wähnte sich wahrscheinlich jetzt sogar schon weiß auf der sicheren seite des ufers des flusses auch am sicheren ufer und hat schon wahrscheinlich angefangen zu überlegen wie er denn das endspiel jetzt mit materialvorteil okay wir haben ungleichfarbige läufer aber er sieht sich eher auf der gewinnerseite und nicht auf der verlierer seite und die partie ist bereits die stellung ist bereits verloren warum turm f6 greift den greift den läufer an ja und weiß spielt den zug damit die 2 den dd vorhatte und hier ist die die taktik die er eben nicht mehr überlebt leider da dame f3 und die partie ist vorbei die dame kann nach f3 weil der bauer e2 ist gefesselt die dame greift zusammen mit dem turm den läufer f4 an der muss halt wegziehen weil man ihn ja nicht anders man kann ihn nicht decken ja e2 e3 geht ja nicht weil von e3 der bauer e3 würde den läufer nicht decken weil er auf e3 genauso gefesselt ist wie auf e2 er kann darf die e-linie ja nicht verlassen ja und wenn man jetzt denkt naja ich ziehe den läufer nach g3 zurück dann kann ich ja machen ja dann kommt die taktik hier unten matt dame f1 scharren turm schlägt f1 turm schlägt f1 matt die partie war nach dame f3 schon zu ende im 19 zug schwarz gewinnt in weniger als 20 zügen das ist fürs froben gabiet nicht untypisch wenn schwarz die partien gewinnt dann meistens in weniger als 30 zügen und wenn es länger dauert dann nur weil er schon entscheidenden vorteil erzielt hat und weiß einfach nicht aufgeben will zwei spieler also ein weiß spieler mit einem rating weit über 2350 und ein schwarz spieler der eben auf die auf seine taktische stärke sich darauf sein spiel aufbaut und das froben gambit wenn man so will riskiert es spielt sich mit schwarz entspannt auch man verliert damit schwarz eben erst im im endspiel wenn der angriff eben nicht durchdringt aber bis dahin es ist nicht nur ein angriffsplan den den schwarz hat sondern der entwicklungsvorteil und die taktischen möglichkeiten sind vielschichtig und das macht es in der vorbereitung für weiß so schwierig er kann sich vorbereiten so viel er will es wird immer so gut wie immer dann die partie eine entwicklung nehmen wo er wirklich auf seine schachlichen fähigkeiten in der verteidigung beschränkt ist wo es mit wo die vorbereitung dann aufhört vorbereitung im sinne von auswendig gelernten zügen und das sind schwierigkeiten mit denen dann viele weiß spieler überfordert sind oder wo einfach die gefahr sehr groß ist dass man einen taktischen fehler macht und die partie verloren geht schwarz hat nicht im gleichen maße die schwierigkeit schwarz muss nicht kompliziert in jedem zug exakt spielen um die kompensation aufrecht zu erhalten oder um die um die um die gefahren für für weiß aufrecht zu erhalten es spielt sich mit schwarz lange zeit vergleichsweise leicht und erst wenn man eben wenn es weiß tatsächlich gelingt sich aus diesen taktischen gefährdungen zu befreien und seinen könig in sicherheit zu bringen was ist im grunde um das entscheidende sein könig in sicherheit zu bringen ohne vorher schon etwas an material oder massiven positionellen nachteil verloren zu haben dann erst kann er anfangen auf auf gegenspiel zu setzen und auf den materialvorteil des bauern mehrbauern zu setzen so und weil das so ist hat das froben gambit eine abschreckende wirkung für spieler für weiß spieler sich überhaupt mit der börte einfach zu beschäftigen weil man dem ersten dem ersten zug nicht wirklich ausweichen kann wenn man f4 spielt muss man mit e5 rechnen und wenn man damit rechnen muss dass man dass die wenn die empfehlung jetzt lauten würde oder wenn die lösung jetzt wäre ja dann muss er das froben gambit lernen und das ist wenn ihr die bücher in die hand nimmt ist das durchgängig so dass man sagt naja müsste halt das froben gambit lernen und gucken dass es überlebt dann ist das etwas was abschreckend ist und das wäre auch wäre auch für mich abschreckend und ich bin aber auch gerade am anfang häufig gegen das froben gambit 1 auf die nase bekommen mit weiß weil ich eben auch nicht die zeit noch nicht die lust hatte da mir ewig lang die die varianten einzuprägen und ich bin ja nicht mehr der jüngste sind ja nicht nur die ohrpolster meinem kopfhörer hier grausen aber meine haare ja auch ja und da ist das mit der mit dem memorisieren und im auswendig lernen von varianten und mehr so weit her und man fragt sich auch warum also wenn es dann tatsächlich nur in 20 oder in zehn prozent aller partien aufs brett kommt ja dann hat man vielleicht jetzt gerade mal zwei monate lang keine froben gambit partie mehr gespielt und hat etwas schwierigkeiten sich an die dinge zu erinnern weil es eben so viel ist und so komplex ist das brachte mich darauf sich anzugucken ja und damit komme ich tatsächlich jetzt nach fast einer stunde einleitung zum zum inhalt des ganzen wie kann ich denn mit dem froben gambit umgehen ohne das zu machen wie kann ich schlicht gesagt das froben gambit intelligent ablehnen und ihm damit den stachel ziehen und damit überhaupt in die lage zu kommen entspannt bird eröffnung zu spielen feuer vogel eröffnung zu spielen mit all den viel interessanteren sachen für weiß die ich eben gezeigt habe klassischer aufbau einfacher feuer vogel damen fiancetto stonewall leningrad alles wunderbare sachen wie kann ich das machen ohne ständig angst vor erstens e5 zu haben und zu hoffen also wenn ich f4 spiele erst mal die daumen unterm tisch zu drücken oder wo auch immer in der hoffnung dass nicht e5 kommt wenn er doch in fünf kommt was mache ich denn dann ja da ist meine empfehlung abgelehntes frontkapit was das ist zeige ich euch jetzt und da wechsle ich ins nächste fenster nämlich hierhin wo ich jetzt hier auch machen wo haben wir es denn damals so hat sich für euch noch nichts geändert für mich und schon also in der ansicht nämlich hier f4 e5 f schlägt e5 führt kein weg dran vorbei wenn ihr nicht königskampit spielen wollt d6 so und jetzt kommt springer f3 das abgelehnte frontkapit springer f3 man schlägt weiß schlägt nicht auf d6 warum weiß 80 wenn ich auf d6 schlage steigst mit dem läufer auf nach d6 zurück und läufer und dame gucken gegen meinen königspiel nicht gar nicht wie spiel ich spiel spiel f3 ja gut d7 d6 der zug von schwarz hier war ja eine schlag drogen auf e5 deswegen ist das jetzt das normalste d6 schlägt e5 so alternativen kommen wir noch und jetzt spielt weiß e4 das ist die ausgangsstellung des abgelehnten from gabitz und die hat jetzt mit dem angenommenen vom gabin tatsächlich überhaupt nichts mehr zu tun was haben wir hier erstens weiß hat durch die ablehnung des gambits seinen anzugsvorteil erhalten also von einem entwicklungsvorsprung von schwarz das wäre ja auch sehr überraschend jetzt nach dem vierten zug kann keine rede sein es ist zwei bauern im zentrum und weiß hat die bauernmehrheit im zentrum sogar eine 2 gegen 1 d und e moment war mal markier schon dran zwei bauern im zentrum gegen ein bauern im zentrum den d7 gibt es ja nicht mehr dafür gibt es hier den f2 nicht mehr aber bauernmehrheit im zentrum ist bauernmehrheit im zentrum ist nichts weltbewegendes aber ist auch nicht so dass es nicht ist schwarz ist in der ganz normalen ganz normalen entwicklungsnachteil den er aber im froben gambit normalerweise nicht hat wenn schwarz das froben gambit spielt dann erwartet er ja dass hier jetzt auf d6 geschlagen wird nicht dass springer f3 gespielt wird der schwarze e5 ist potenziell schwach nichts wildes aber potenziell ist er schwach weil er kann eigentlich nur durch figuren gedeckt werden durch taktische motive denn es gibt ja kein d bauern mehr und ihn mit f7 f6 zu decken das wäre wiederum durchaus ein ein zugeständnis ein positionelles was haben wir noch die schwarzen läufer haben offene diagonalen und freies spiel im grunde genommen sieht das läufer c5 nach dem natürlichen entwicklungsfeld entwicklungszug für auch erst recht hier auf die diagonalen runter guckend aus und für den weißfeldigen läufer sieht g4 nach dem typischen entwicklungsfeld aus dass ihn anlacht die typischen zielfelder für die schwarzen springer scheinen springer f6 und springer c6 zu sein also sowas 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 lacht ein als schwarzer ja geradezu an in der stellung wo sie wo entwickle ich würde sich meine leichtfiguren hin aus weißer sicht der weiße läufer f1 zieht nach c4 oder er noch nach besser noch nach b5 und wenn der schwarze könig springer nach c6 sieht dann würde sich der weiße läufer hier sehr gerne auf c6 gegen den schwarzen springer tauschen insbesondere oder gerade dann wenn der schwarz mit dem bauern zurückschlagen müsste und dann hätten wir hier einen isolierten doppelbauern der tatsächlich auch sehr häufig im abgelehnten formgabit auf dem brett erscheint was haben wir noch der bauernzug c2 c3 von weiß ist in vielen abspielen ein schlüsselzug es ist nicht der schlüsselzug dass man sagt der muss immer kommen aber in vielen abspielen man sollte ein auge darauf haben ja ob c2 c3 sinnvoll ist er bietet zum einen eine möglichkeit taktische möglichkeit des deckens vom bau des bauern e4 also nicht wundern sowas wie hier und das kommt in der praxis vor das kommt in der ab natürlich nicht in der großmeister praxis oder so aber in der in der normalen online schnell schach praxis rede wenn ich vom online schach rede rede ich nicht von blitz vom bullet rede ich schon mal gar nicht wer meine streams verfolgt der weiß was ich von bullet im allgemeinen im besonderen halte aber auch im schnell schach wo es nicht ein zeitproblem ist kommt so etwas häufiger vor als als man denkt weil dann geht nach dame a4 schach und angriff auf den springer eine figur verloren die partie ist bereits zu ende nicht deswegen ist c3 ein schlüsselzug aber c3 ist eben ein zug der diese taktische dieses taktische motiv des deckens des eigenen weißen e4 bauers beinhaltet aber darüber hinaus auch nach so etwas ja c2 c3 die felder d4 und b4 unter beschuss nimmt und entweder d4 vorbereitet oder b4 vorbereitet also c2 c3 ist ein schlüsselzug dann muss weiß ein bisschen darauf achten wenn man c2 c3 dann spielt dass der also wenn der vorzieht dass der d bauer nicht rückständig wird und nicht schwach wird ja dass man ihn dann nach d2 d3 vorzieht und ihn gegebenenfalls sogar man braucht schnell eine schwerfiguren entwicklung hinter den d bauern wenn war wenn schwarz so was wie damit die sechs turm d8 spielt und druck dann auf einen d3 bauern macht der nicht mehr von c2 ausgedeckt ist weil der schon auf der c bauer schon auf c3 steht gucken wir uns gleich und oder später im detail an muss man ein bisschen auf seinen d bauern achten damit er nicht rückständig wird wenn man c2 c3 spielt bedeutet das auch dass der springer dann wiederum nach d2 d3 über d2 entwickelt wird weil c3 ist ja besetzt dass da steht bauer ja darauf in aller regel der schwarzfeldige läufer hier der wird in aller regel wenn die der d bau vorgezogen hat nach g5 entwickelt gerne auch wir sagten ja eben die springer zielen nach f6 und c6 sieht ja so aus natürliche züge das sind dann die felder hierfür die für die läufer für die weißen läufer die gar keine probleme damit haben sich dann gegen die springer abzutauschen also das ist keine eröffnung die man spielt wenn man das läuferpaar für eine reliquie hält ein heiligtum hält dass man nicht aufgeben darf deswegen wahrscheinlich nichts für jan gustavson unseren bundestrainer und großmeister der hohe stücke aufs läuferpaar hält was ja allgemein auch so üblich ist aber wenn man durch abgabe des läuferpaars also sich abtauschen leichtfiguren dem gegner das läuferpaar gibt aber ihm gleichzeitig verheerende bauern schwächen verpasst also den das schwarz dann den dynamischen vorteil des läuferpaars hat aber den statischen nachteil einer kaputten bauernstellung dann ist für das für den amateurschachspieler die das mit der bauernstellung und der positionelle nachteil den schwarz hat das ist schwerwiegender das das ist also das ist so dass wir das wird ihr in der in der in der praxis sehen oder ihr wisst es aus eurer eigenen praxis habt ihr schon die erfahrung gemacht ein dynamischer vorteil ist schwieriger aufs brett zu bringen und auf dem brett zu halten als gegen einen gegen einen statischen nachteil beim gegner zu spielen das hohe lied der bauernstellung also es gibt es gibt natürlich auch schachspieler und erst recht titelträger und meisterspieler die argumentieren dass mit der bauernstellung ja ja das sei natürlich auch wichtig aber die fähigkeit zum aktiven figuren spiel sehr wichtiger als die korrekte behandlung der bauernstellung da bin ich anderer meinung auf jeden fall anderer meinung mit blick auf meine zielgruppe die ich habe nämlich einsteiger und fortgeschrittene und allenfalls noch meister anwärter aber eher bereich einsteiger und fortgeschrittene da ist die die spielt für die für den praktischen für die spielpraxis und für den erfolg und die weiterentwicklung spielt die korrekte behandlung die berücksichtigung der der bauernstellung eine größere rolle als details im figuren spiel das kann man nicht gegeneinander aufwägen also kann ich sagen dass also macht das eine nur macht das andere aber die die wertigkeit bauernstellungen zu verstehen und das eigene spiel auch das eigene figuren spiel natürlich auf die gegebenheiten der jeweiligen bauernstellung hin auszurichten das hat schon sehr das ist schon sehr erfolgversprechend wenn man das macht gut ja die kurze hochrad ist für weiß in aller regel nicht eine option kommt auch vor je nachdem wie die partie sich entwickelt aber weiß hat überhaupt keine probleme lang zu hochieren weiß hat allerdings auch keine probleme gar nicht zu hochieren sondern entweder mit dem könig im zentrum zu bleiben oder mit dem könig also zum beispiel nach e2 um sich dann hier hinter den man die bauern stehen nach d2 d3 und der könig von e2 nachdem der läufer hier raus ist und verschwunden ist und der könig beteiligt sich mit an der an der deckung des bauern des weißen bauern auf auf d3 gar kein problem oder sogar nach d3 und c3 oder umgekehrt c3 und d3 wandert der könig wenn es nötig ist zu fuß also ohne hochradetrick bis nach c2 rüber auch kein problem da muss man als weiß spieler keine scheufe haben kommen wir mal ich sag mal in der haupt variante mal ein bisschen gucken schwarz spielt läufer c5 das passiert auch statistisch sehr häufig weil es ja naheliegend man entwickelt den läufer man guckt mal bis runter nach g1 und sagt sich kurz ruchieren weiß wirst du erst mal nicht ja und weiß wenn man sprechen dürfte beim schach oder antworten habe gar nicht vor aber ist das anscheinend perfekte feld für für den läufer und da kommt man hin ja und jetzt spielen wir mal c3 springer c6 das naheliegende entwicklungsfeld für den schwarzen damenspringer läufer b5 läufer g4 das naheliegende entwicklungsfeld für den weißfeldigen schwarzen läufer und fortsetzung des angriffs wobei fortsetzung in viele gänsefüßchen zu setzen ist und wir kommen ein bisschen auch zu der zu der psychologischen und der mentalen bedeutung der ablehnung des fromkambits wenn schwarz das fromkambit spielt dann geht er davon aus also er wird durch die ablehnung werden die allermeisten schwarzspieler überrascht sein und er ist im geiste immer noch im ich bin ja im angriffsspiel ich habe ja das fromkambit gespielt und spiele auf angriff und deswegen wird er auch hier werden viele schwarzspieler hier läufer g4 spielen und nicht etwa mit springer e7 vorgehen zu den alternativen leichtfiguren entwicklung für schwarz kommen wir noch das aber naheliegender zug der auch in der praxis sehr oft vorkommt weil schwarz sich sagt ich spiele ja weiter auf angriff nur dadurch dass weiß das fromkambit nicht angenommen hat ist überhaupt kein fromkambit mehr da also die ideen die war die schwarzen angriffsideen und taktiken des angenommenen fromkambits die gibt es schlichtweg nicht wenn weiß das gambit so ablehnt wie hier und damit ist schwarz zumindest schachpsychologisch auf dem holzweg weiß kann diesen läufer sofort treten naja und wenn schwarz konsequent hier tauscht nach dem motto ja wenn man ja jetzt hier zurückschlägt dann kommt vielleicht schon da mal vier oder was auch immer ne tut man gar nicht sondern man nutzt die gelegenheit jetzt hier und schlägt lieber früher als später auf c6 mit schach ist ja tempo zug man schlägt läufer b5 schlägt springer c6 mit schach um genau das hier zu erreichen diese bauernstellung wir wollen auch den isolierten bauer auf der randlinie nicht ganz vergessen der macht die bauernstellung für schwarz nicht wirklich schöner nach b7 schlägt c6 haben wir bereits eine stellung in der schwarz ein endspiel er nicht anstreben sollte um es mal vorsichtig zu formulieren damit schlägt f3 ja jetzt entwickelt sich der schwarze königsspringer dahin wo es ein natürliches entwicklungsfeld sieht nach f6 hier spielt man d3 so das ist jetzt meines erachtens die typische stellung die in beim abgelehnten from gambit auf dem brett erscheinen kann so oder ähnlich es kommt nicht so sehr auf die exakte zugreihen folge an aber so oder ähnlich heißt es entsteht diese bauernstellung hier sogar ohne dass schwarz das läuferpaar behalten hat weil er aber g4 munter und forscht sein 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 läufer abgetauscht hat ja der läufer c5 guckt hier runter aber das alleine reicht nicht um weiß sorgen zu machen dass es jetzt hier einen königsangriff gibt weil er wird gar nicht kurz ruchieren und wenn der weiße könig nicht kurz ruchiert das könnte ja auch gar nicht aber wenn überhaupt nicht hier auf g oder h steht dann ist läufer c5 und seinen zielen bis nach g1 allenfalls lästig aber keine 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 furchtbare drohe der weiße könig der weiße damenspringer strebt gerne hierhin ein traumfeld c4 da ähnelt einige oder einige stellungsmerkmale hier im abgelehnten from gambit ähneln dem was weiß im einfachen feuervogel wird eröffnung mit damenfieren chatto erreichen auch wenn es hier gar nicht nach dem damenfieren chatto aussieht aber auch da ist das ziel eine solche bauernstruktur zu erreichen und auch da ist das feld c4 das perfekte zielfeld für den weißen damenspringer der von hier aus ja von dem läufer nicht vertrieben werden kann weil es falsche felder farbe schwarzfälliger läufer kann springen auf dem weißen feld nie angreifen es gibt auch keine bauern den weißen springer von hier vertreiben könnten es könnte wirklich allenfalls noch mal die feile machen allenfalls er hier ein bisschen über umwege versuchen ihn abzutauschen ein springer kann von c4 aus aber auch wenn er da tatsächlich weg sich nicht darauf abtauschen lassen will über e3 wiederum nach f5 weiß kann von hier aus wie gesagt dass die springer entwicklung dass die läufer entwicklung hier würde auch weiß über völlig problemlos sie sagen ich schlage auch hier noch mal weg und gebe schwarz den vorteil den leichteren vorteil des verbleibenden läufers gegen den springer auch das ist ja in der tat richtig das läuferpaar ist stärker als das springerpaar aber um wie viel stärker und um welchen preis und ein einzelner läufer im endspiel im leichtfiguren endspiel ist der läufer allein in dem gegnerischen springer auch in aller regel etwas überlegen aber auch da wieder um welchen preis sicherlich nicht um den preis von sowas hier das ist zu teuer das ist zu teuer diese stellung habe ich natürlich dann auch eine engine eine engine analyse unterzogen und das interessante ist hier das habe ich gemacht als gerade mal das ist schon weichen her die die so genannten selbstlernenden alpha zero engines aufkam da gab es ja zu der zeit von chess base und der klassische engine die fritz 17 oder stock fisch in welcher version dann auch immer als pendant dazu und dann kam eben auch die 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 lc lc zero engines die ja heute stand der technik dann sind mit dazu das interessante war das habe ich vor zwei drei jahren dann zuerst einer engine analyse unterzogen dass die klassische engine sagte die stellung ist quasi ausgeglichen also schwarz muss sich keine sorgen machen also ich war damals schon war und bin der meinung dass dem das dem nicht so ist dass das mit weiß viel 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 angenehmer zu spielen ist in der praxis erst recht als nicht großmeister als mit schwarz aber interessant fand ich dann die analyse die ergebnisse der der neuen selbstlernen alpha zero engines die kamen zu einem ganz anderen ergebnis nämlich zu einer deutlich günstigeren bewertung für weiß da kam dann so eine punkte bewertung von 0,7 raus also mehr als zwei dritte bauern mehr mehrheit in bauern umgerechnet ja abgesehen von zwingenden taktischen kombinationen muss man bei engine bewertung ein bisschen vorsichtig sein was ihre relevanz für das eigene praktische spiel angeht dass die nicht falsch sind ja weil sie sie rechnen ja und rechnergebnis kann nicht falsch sein aber die voraussetzungen und die parameter die axiome die dann auch für solche berechnungen zugrunde gelegt werden die können natürlich falsch sein und damit oder so sein dass sie nicht relevant sind für für das was man eigentlich mit der mit der analyse herausfinden will aber ich fand es schon interessant dass eine klassische engine hier zu einem eher ausgeglichenen bewertungsergebnis kommt und die alpha zero engines einen deutlichen vorteil für weiß sehen die stellung kommt im meisterschach und dem amateurschach so gut wie nicht vor ja in der chessbase als ich mich zuerst vor zwei drei jahren damit beschäftigt habe in der maße in der in der megabase habe ich gar nichts gefunden die konkret jetzt diese stellung und im online schach habe ich sechs partien gefunden wobei die spieler so ein rating um die 2100 2000 hatten sechs partien und sind alles sechs weiß siege da war glaube ich eine von mir mit dabei also in der praxis gewinnt weiß das ja was über mehr und das ist jetzt kein zufall warum weil wenn es schwarz nicht gelingt etwas zu bewegen etwas zu erreichen dass hier diese bauern auflöst dann kann er damit nicht ernsthaft auf hoffen ein ein endspiel auch nur pari auch nur pari zu halten das hier ist jetzt die hauptvariante gewesen die ich so nenne mit der naheliegenden entwicklung der schwarzen leichtfiguren auf die naheliegenden felder gehen wir noch mal zurück was ich damit meinte wenn schwarz sagt das ist das natürliche feld für den läufer von c8 das ist das natürliche feld für den läufer von f8 und das ist der für c8 und das sind die natürlichen zielfelder für die beiden springer dann kann es so laufen wie gerade gezeigt und das ergebnis ist für schwarz höchst unerfreulich und für weiß höchst erfreulich natürlich kann schwarz auch auf die idee kommen die eigenen leichtfiguren anders aufzustellen alternative leichtfiguren entwicklung nenne ich das und da gucken wir mal auf eine möglichkeit moment ich muss wieder switchen und zwar in dieses kapitel aber das ist schon zu weit wieder ein paar züge zurück so zack 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 so und noch e4 schwarz kann seine leichtfigur natürlich auch anders entwickeln anders positionieren da kommt zum beispiel erstmal mit läufer g4 anfangen c3 springer c6 auch wieder läufer b5 jetzt kann schwarz sich sagen das ist aber ich meine es hängt es hängt jetzt ja auch e5 durch die fesselung des springers c6 hängt ja auch hängt ja auch e5 und jetzt kann schwarz sich sagen ja im moment mal ich ziele läuft oder nach d7 zurück weil ich will genau das was weiß jetzt hier machen will hier schlagen und ich muss mit dem bauern zurück das will ich aber doch nicht ja und wenn man jetzt auf c6 schlägt naja dann ist ja okay dann kann er der läufer von d7 aus zurückschlagen entsteht der doppelbauer nicht und schwarz hätte auch noch das läuferpaar dazu das ist eine naheliegende idee dann spielt weiß erstmal d3 läufer d6 ja schwarz kann sich ja auch sagen moment mal jetzt jetzt ist das vielleicht doch auch ein bisschen gewagt ich muss dann ja rechnen schlägt schlägt und vielleicht kann doch hier schlagen also spiele ich den läufer nach d6 und decke erst mal den bauern e5 außer dem ist das feld d6 ja das wo der läufer im angenommenen froben gab es ja sowieso landet ja ja aber im angenommenen vom gab es steht ihm hier nicht ein eigener bauer im weg sondern er guckt direkt bis nach der unten wenn es so läuft kann weiß auch kurz hochieren also wenn ich eingangs sagte im angenommen im abgelehnten froben gab es wird weiß er nicht kurz hochieren heißt das nicht dass es nie ist wenn es möglich ist so schwarz hat jetzt hier mit seinen läuferzügen den springer auf c6 gedeckt und den bauern auf e5 gedeckt weiß hat das genutzt um kurz zu hochieren und jetzt kann es natürlich wiederum natürlich weitergehen springer f6 läufer g5 h6 und jetzt kommt der vorteil ins spiel dass hier kein bauer mehr steht dass der fbauer nicht mehr da ist denn schwarz weiß gibt ganz entspannt und gelassen das läuferpaar auf mit läufer schlägt f6 dame schlägt f6 und jetzt setzt jan gustav schon muss ich muss ich festhalten damit er nicht versteckt vom stuhl fällt jetzt gibt weiß sogar den zweiten läufer nachher läufer schlägt c6 läufer schlägt c6 um den doppelbau nicht entstehen zu lassen schwarz hat das läuferpaar gegen das springerpaar schlimmer kann es ja gar nicht sein aus sicht der läuferpaar apologieten ja aber nur ganz kurz springer d4 der springer abzug mit angriff auf die dame beseitigt sofort wieder das läuferpaar auf schwarzer seite aber was viel wichtiger ist läuft bei hinläufer bei her führt wieder die furchtbare bauernstellung herbei denn die angegriffene schwarze dame muss ziehen und sie muss sie kann nur so wegziehen dass sie nicht sie kann nicht den bei den läufer auf c6 gleichzeitig gedeckt halten oder oder decken da kann sie nirgendwo hin wenn sie zum beispiel aggressiv nach hier geht ja jetzt schlägt man auf c6 raus fertig und was passiert es ist jetzt wieder genau dasselbe grundschema entstanden wie eben in der hauptvariante nämlich es sind viele leichtfiguren abgetauscht und schwarz hat diese kaputte nehmen wir den jungen mit nicht vergessen der ist nämlich auch schwach diese kaputte bauernstellung am damen flügel jetzt kann es weitergehen mit dame f3 kurz hochade springer d2 turm a b8 springer c4 das feld c4 ist auch deswegen so bombig für den springer weil der wirkt sogar nach hinten rückwärts und überdeckt b2 weiß hat seine positionellen ziele erreicht die er in dieser eröffnung in der ablehnung des froben gambits erreichen will diese partie in der herstellung habe ich selber eine partie gespielt nach 59 zügen gewonnen kann ein bisschen dauern alternative leichtfiguren entwicklung kann aber auch noch anders gehen gehen wir zur grundstellung wieder zu e4 läufer c5 ja c3 aber jetzt springer f6 nicht wie in der hauptfortsetzung springer c6 läufer b5 sondern springer f6 ja man kann ihn schlagen die ablehnung des gambits im dritten zug das ist kein zeichen von ängstlichkeit das heißt jetzt nicht das weiß diesen bauern den den gambit bauern auf e5 der dann darum pri steht nie schlägt es ist natürlich ein bisschen gewagt jetzt kommt natürlich deutlich mehr taktische motive ins spiel aber die sind weitaus leichter und besser handelbar als im klassischen angenommenen form gambit nehmen wir mal hier an das hier das geht schon überhaupt nicht wegen dame a4 schach das motiv kennen wir schon schach und der springer ist fort geht nicht kurz hoch hale d4 springer schlägt e4 dame f3 springer wieder zurück läufer g5 dame nach e7 weiß schwarz muss irgendwie ausnutzen dass der weiße könig noch noch im zentrum steht der weiße könnte steht nicht im zentrum der steht auf einer offenen linie auch wenn der springer auf e5 da steht ändert das nächste daran dass das eine offene linie ist weil es stehen keine bauern mehr auf der linie das ist natürlich riskant also da muss man in der tat jetzt genau spielen ja aber es ist es ist so konkreter als in den vielen fall stricken die im angenommenen form gambit liegen hier ist jetzt wirklich was konkret zu berechnen läufer e2 turm e8 springer d2 auch ängstlichere gemüter können jetzt auch hier auf f6 schlagen dame schlägt f6 dame schlägt f6 g schlägt f6 springer f3 würde ich sogar empfehlen würde ich nicht sagen ängstliche gemüter wie sein kunst der vereinfachung dann spielt schwarz läuft f8 weiß hat keinen mehr bauern mehr müssen wir zählen 246 246 aber schwarz hat auch das läuferpaar den dynamischen vorteil aber schwarz hat jetzt am königsflügel diese kaputte bauernstellung hat jetzt am königsflügel diese kaputte bauernstellung das ist nach analyse nach engine analyse ausgeglichen in der praxis im praktischen spiel hat weiß ein ganz klares ziel nämlich ruhig weiterspiel gucken dass man nicht in taktische fallen reinläuft möglichst vielleicht sogar auf der auf der offenen e linie hier schwerfiguren abtauschen türme abtauschen und gegen dann langfristig auch die leichtfigur natürlich abtauschen das bauernendspiel das hier entstehen könnte rein theoretisch das ist für weiß gewonnen muss man gar nicht groß darüber philosophieren ja diese kaputte bauernstellung das kann weiß das kann schwarz nicht ins bauernendspiel bringen und wenn man das schon mal als ziel hat dann spielt es sich leichter als wenn man das ziel nicht hat im grunde genommen müsste schwarz versuchen entweder hier oder hier eigene leichtfiguren zu positionieren die weiß und weiß zu zwingen dort abzutauschen insbesondere hier auf e6 also wenn jetzt hier irgendwo ein läufer nach e6 kommt und irgendwie so gut steht das weiß ich genötigt sieht den abzutauschen und f7 schlägt e6 zurück dann wären die bauern ja wieder aufgelöst der doppelbau wäre aufgelöst die bauern stelle nebeneinander und der vorteil der oder der nachteil der schwarzen bauernstellung hätte sich massiv minimiert bis zu ist nicht mehr vorhanden als nachteil ja gut aber das muss man auch erst mal erreichen damit schwarzen man kann aber auch hier im turm der e8 weiter spielen man muss nicht auf f6 schlagen man kann auch mit springer d2 fortsetzen läufer d6 springer e4 springer bd7 jetzt auf d6 schlagen dame schlägt zurück springer schlägt auf d7 läufer schlägt d7 und jetzt auf f6 schlagen dame schlägt f6 dame schlägt f6 g schlägt f6 und jetzt könig d2 so und hier sieht die sache noch krasser aus das ist jetzt eine stellung die ist deutlich besser für weiß es gibt keinen läuferpaar nachteil weil jede seite nur noch einen läufer hat das sind sogar gleichfarbige läufer das heißt schwarz kann jetzt auch nicht noch den rettungsanker auswerfen und sagen ich spiele jetzt auf ein endspiel mit ungleichfarbigen läufern die gibt es nicht ist ein gleiche selbst das turm endspiel vielleicht nicht unter großmeistern bei unter großmeistern sind turm endspiele ja immer remis meine sind eigentlich nie remis entweder gewinne ich soll ich kann und ich verliere aber wir sind die selten das was nicht an mir persönlich liegt sondern daran dass unser eins im amateurschach das recht im onlineschach eben die turm endspiele nicht so beherrscht wie karsten müller sich das wünschen würde gute technik ja pustekuchen also die da passiert auch keine patzer sondern die kunst des endspiels ist einfach die kunst des endspiels und nicht jeder ist ein künstler aber das hier spielt sich entspannt mit weiß und hier gewinnt auch nur eine seite kann sein dass man sie mit weiß nicht gewinnt dass es dann doch irgendwie schwarzes remis halten kann aber schwarz gewinnt nicht und die wahrscheinlichkeit dass weißes gewinnt ist recht hoch das geht also wie kamen wir dahin hier über läufer c5 c3 springer f6 und jetzt hier schlagen wir haben kurz gerade gerade angeguckt natürlich kann schwarz auch sofort die e linie besetzt also auf die e linie spielen ja mit der dame auch dann natürlich d4 auch jetzt kann er sich den baum zurückholen und stellt sich auch die die weiße dame vis-a-vis die hier da steht schon ordentlich was in der e linie und die zwei armen springer dazwischen stehen unter beschussen für und und krieg angst der schwarze springer wird mit läufer f5 gedeckt und beispiel springer d2 und das sind jetzt taktische verwicklungen die muss weiß nicht fürchten weiß steht besser für und ja genau für etwas etwas ängstlichere gemüter hier kann weiß auch zu sagen es ist mir zu heiß ich spiele d3 und decke ich will taktische entwicklung und komplett vermeiden deswegen spiele ich das abgelehnte froben gab es nicht an ja und will auch nicht in anderen wegen irgendwie in 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 so wilde taktiken hineingehen und dann kann man die drei machen ja schützt nachhaltig den bauern e4 aber klemmt den den eigenen läufer hier ein bisschen ein und ist unnötig aber man kann es spielen kurze hochrade damit c2 turm e8 b4 zweifel b6 springer bd2 ja hier steht vielleicht sogar schwarz ticken besser aber nicht in einer wilden angriffs form gabit art und weise also hier geht hier wird jetzt weiß nicht matt denn in der ganzen geschichte würde ich sagen ja moment konnte nicht die ganze zeit irgendwie schwarz mit springer g4 hier auf ein zusammenspiel zwischen läufer und springer auf die schwachen felder f2 und e3 spielen wäre das nicht schon früher gegangen ja kann mal gucken d3 gehen wir mal eins zurück und sagen wir jetzt schon g4 springer nach g4 spielt um hier unten irgendwas irgendwas zu drohen irgendwas ist es halt nicht da kommt d4 und einfach diese linie diese diagonale entschuldigung diagonale unterbrochen e schlägt d c schlägt d und es steht er weiß etwas besser klar ist auch nicht jedermanns sache mit dem einem bauern zentrum das ist zwar ein perfektes bauern zentrum auf den feldern e4 und d4 aber es fehlt natürlich unterstützung von von c und f bauern nichtsdestotrotz die die beiden bauern stehen schon die stehen schon ziemlich gut ja und durch das sperren hier dieser dieser diagonale hat der springer auf g4 eigentlich auch nicht mehr so richtig was zu suchen also das kann man spielen d3 erst kurze hochrade damit c2 kommt und sagen naja vielleicht jetzt springer g4 h3 das bringt nichts könig zieht einfach vor und gewinnt also und weiß gewinnt die partie weil der springer ist angegriffen und wenn er weg zieht ja dann ist der läufer weg das kann es also nicht sein auf h3 springer f2 ist aber auch nicht da zieht der turm einfach nach h2 ja und jetzt wo ist die wo ist die wo ist die zu wo ist die zukunft dieses springers auf f2 eher nicht gegeben so dass das beste noch ist springer e3 dame e2 das ist ein bisschen ängstlicher läufer schlägt läufer schlägt springer schlägt e5 dame h4 könig d1 da hat jetzt schwarz ein bisschen was ja das ist eigentlich genau so etwas will ja weiß eigentlich vermeiden deswegen sollte man das auch nicht tun muss man nicht einfach dame e2 jetzt hängt ja auf e3 wieder der 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 springer war gut er muss also nach da unten auf f1 sich wegtauschen turm schlägt f1 dame d6 springer b d2 turm d8 und das kommt jetzt alles noch rechtzeitig ne springer c4 damen angriff ja der bauer auf d3 hängt die damen werden getauscht aber jetzt hängt ja auch der bauer auf e5 weiß erleidet keinen nachteil wenn der turm zurückgeht nach d8 der ist ja angegriffen schlägt man hier auf f7 sogar noch auch da gleicht es sich wieder aus weil es alles noch gerade rechtzeitig kommt turm e8 läufer e3 wenn weiß hier schlägt wenn schwarz schlägt auf e4 hochiert weiß lang und es hat sich alles etwas beruhigt noch ein bisschen besser auf läufer e3 für schwarz ist wohl läufer e6 ja man guckt ja auf die diagonale beide springer na gut aber die zwei springer können sich natürlich erfreulicherweise gegenseitig decken hier kommt man jetzt sagen weiß wird den mehr bauen wahrscheinlich nicht halten und dann hat vielleicht schwarz ein bisschen mehr durch das läuferpaar vielleicht aber das passiert ja alles nur wenn man sich hier auf dieses vorsichtige d3 einlässt statt hier munter auf e5 reinzuschlagen was haben wir noch als option ja das ist es im wesentlichen ja denkbar ist jetzt auch noch auf springer e5 selber d4 schon zu spielen e schlägt dc schlägt d läufer b4 läufer d2 schlägt springer schlägt d2 kurze hochrade auch jetzt haben wir das perfekte bauernzentrum wenn auch dadurch geschwächt dass hier auf c und f keine oder nicht geschwächt aber es mangelt der unterstützung von c bauer und f bauer das müssen also dann die weißen figuren erledigen zum beispiel mit läufer d3 springer c6 dame a4 um eben noch d4 jetzt von der seite zu decken und auch hier so was nicht zu ermöglichen schlägt 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 turm d8 so taktik dahinter springer df3 springer d2 nach f3 c5 e5 springer g4 letztlich gibt es das material für schwarz wieder zurück läufer schlägt h7 könig schlägt h7 springer b5 das ist ausgeglichen kann man spielen mit mit weiß aber trotzdem empfehlung wäre auf läufer c5 c3 und wenn mit springer f6 tatsächlich hier aggressiv hier angegriffen wird das beste zu spielen das ist tatsächlich springer schlägt d5 jetzt also die alternative leicht figuren entwicklung um das mal so zu sagen für schwarz ermöglicht trotzdem weiß keine bauchschmerzen zu kriegen weiß hat einen normalen plan oder der hauptplan besteht darin dass man hier auch damals zurück hier so dass man hier auf springer c6 mit läufer b5 versucht den abzutauschen dass man bei läufer g4 keine sorge hat wenn dann auf f3 geschlagen wird steckt man mit der dame zurück und wenn der springer der schwarze könig springer nach f6 kommt hat man auch keine sorgen und zielt mit läufer g5 auf sogar auch noch auf das abtauschen auf das schlagen nach nach f6 größeres problem kann entstehen wenn schwarz versucht die ablehnung des die ablehnung des from gambits zu vermeiden also es klingt jetzt ein bisschen komisch aber äh moment ich husch mal hin so ändere das fenster und bin wieder hier ähm ja e5 das ist hier manchmal nicht so ganz einfach weil ich hier mit mehreren fenstern agiere im hintergrund was ihr hoffentlich dann im vordergrund gar nicht so seht schlägt äh quatsch eben schlägt nicht schlägt erst auf e5 d7 d6 und wir schlagen nicht weiter und spielen springer f3 so äh jetzt kann natürlich schwarz auf die idee kommen äh zu versuchen das gambit mit der brechstange zu spielen also ich meine weiß schlägt nicht auf d6 sondern hat springer f3 gespielt und äh der 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 sicherlich auch objektiv beste zug ist jetzt d6 schlägt e5 und zu sagen na gut war halt kein Froben Gambit gibt es halt nicht ne wenn das dann abgelehnt ist heißt es war immer noch abgelehntes Froben Gambit hat aber mit Froben Gambit ehrlich gesagt äh dann wie wir gesehen haben wenig zu tun und äh führt dann in dem was wir bisher gesehen haben dazu dass äh schwarz wie in jeder anderen normalen Eröffnung auch erstmal gucken muss dass er auf Ausgleich spielt aber genau das ist ja das was der schwarzspieler nicht will wenn er das Froben Gambit spielt und da kommt jetzt eben etwas was eine Engine nicht nicht berechnen kann und nicht bewerten kann nämlich die die Psychologie ins Spiel oder das Mentale oder ähm ja äh die Absicht die schwarz mit seiner Eröffnungswahl äh hatte äh die ist ja wenn er wenn er jetzt auf e5 schlägt d6 schlägt e5 vom Tisch die ist vom Tisch ja äh der der die gesamte der gesamte Einstieg in die Partie ähm für schwarz hat sich erledigt er spielt wieder eine normal kein Gambit sondern eine eine normale Eröffnung äh wo weiß zunächst mal Anzugsvorteil hat und weiß auch wenn weiß weiß was er tut ne wenn man das nämlich öfter spielt dieses abgelehnte Froben Gambit dann wird man sich wundern wie oft es einem gelingt tatsächlich auf c6 und c7 diesen isolierten schwarzen Doppelbauern zu erreichen und äh in statt sich in einer äh äh langwierigen taktischen Verteidigungsposition zu befinden sich stattdessen äh in einem äh äh entspannt zu spielenden Spät-Mittelspiel Früh-Endspiel mit klarer besserer Bauernstellung ne die sich ja bekanntlich leichter spielt als äh 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 ein dynamischer Vorteil irgendeines Läuferpaars oder ich übertreibe es ein bisschen aber ihr wisst was ich meine ne so und deswegen kann natürlich schwarz in so einer Stellung wie hier jetzt auf die Idee kommt zu sagen also ich kriege die schon noch zum Schlagen auf D6 ich spiele Gambit einfach weiter ich spiele das Gambit mit der Brechstange ob du es annimmst oder nicht so und das ist in der Tat ein äh äh ein Problem äh das dann entstehen kann wenn zum Beispiel schwarz jetzt G5 spielt wie kann er auf die Idee kommen er kann deswegen auf die Idee kommen im äh angenommenen Fron Gambit geht es ja so und so und so und dann ist G5 tatsächlich einer der Hauptzüge ist nicht mehr der einzige Hauptzug aber es ist einer der Hauptzüge so und jetzt kann sich ja weiß sagen äh schwarz sagen naja wenn er wenn weiß jetzt Springer F3 spielt dann spiele ich schon mal G5 ja denn wenn weiß jetzt sagt naja okay dann muss ich ja schlagen dann haben wir ja die Stellung dann sagt er sich äh puh ne weil eine Zukunftstellung ist ja alles wieder gut ne zugegebenermaßen ist das auch etwas was weiß dann auf Dauer ins Repertoire aufnehmen kann weil dann muss er sich zumindest nur noch mit der äh äh Fortsetzung im angenommenen Fron Gambit beschäftigen die mit G5 zu tun hat das ist die sogenannte Lasker Variante des angenommenen Fron Gambits ja der Vorteil ist halt muss man die anderen eben nicht erlernen man kann aber auch und das empfehle ich natürlich äh als erstes einmal weiterhin sagen ne ich lehne ab ich spiele jetzt H3 weil ne G5 ist ja die Absicht mit G4 den Springer zu vertreiben ja dann spiele ich jetzt H3 so jetzt gibt es wieder zwei grundsätzliches ne das eine ist naja jetzt schlägt er halt doch ne D6 schlägt E5 ja dann haben wir E4 jetzt G4 weil er will ja scharf spielen äh oder beziehungsweise das ist die das ist das was einem Sorge bereiten müsste als als Weißer wenn es eben mit der Brechstange gespielt wird das Gambit ne also eine Brechstange ist zwar ein ziemlich ziemlich grobes Arbeitsmittel äh aber äh wenn man sozusagen der Brechstange dann nicht äh filigran ausweicht äh sondern das Ding wirklich auf die Mütze bekommt dann ist so eine Brechstange natürlich auch recht schmerzhaft ne H schlägt G Läufer schlägt G4 Läufer B5 Schach ja kann man sagen oh da steht einfach C6 dazwischen ja gut aber wenn er C6 spielt äh C7 C6 kann eben der Springer nicht mehr nach C6 ne das ist der Sinn von Läufer B5 jetzt geht er nach C4 Springer D7 nach C6 kann der Springer ja nicht D3 Springer F6 Läufer E3 B5 Läufer B3 A5 wäre so eine Idee A4 ich sag mal die Engine sieht das ähnlich weiß steht etwas besser aber die Stellung bietet beiden Spielern insbesondere viele Möglichkeiten daneben zu greifen beide Könige stehen noch ungesichert im Zentrum die potenziellen Ruchaden lang wie kurz für beide für schwarz wie für weiß sehen jetzt nicht unbedingt einladend aus das ist eine Stellung ja sie ist aber auf jeden Fall für weiß angenehmer zu spielen als sich durch Umwege auf tatsächlich ein Gambit mit der Brechstange einzulassen also das kann das kann weiß spielen und hat auch jetzt objektiv einen leichten Vorteil und es sieht es ist nicht zu erkennen wie man jetzt sagen um Sorge hätte das jetzt hier praktisch für weiß größere Gefahren bestehen als für schwarz nach H3 kann aber natürlich auch jetzt schon schwarz auf die Idee kommen zu sagen ich setze das Ganze mit G4 fort also nicht schlagen auf E5 sondern sofort G4 schlägt schlägt D4 Läufer schlägt F3 E schlägt F3 D schlägt E5 ja dann was schlagen wir doch möglicherweise reibt sich schwarz jetzt die Augen und sagt ja was habe ich eigentlich jetzt außer außer Minusbauern Darmtausch gerne so und die Luft ist raus da steht wahrscheinlich setze ich jetzt also die Luft ist raus aus schwarzer Sicht mit C3 kann der König sogar nach C2 setzen da ist jetzt egal ob man einen kleinen Entwicklungsnachteil hat den ich noch nicht mal erkenne da kann man sagen jetzt die Stellung ist für weiß gewonnen also jedenfalls der Mehrbauer verspricht es da kann es nicht sein nach direkt G4 H schlägt G4 jetzt vielleicht noch Entschuldigung nicht Läufer schlägt G4 sondern jetzt auf E5 nehmen Springer C3 Springer C6 er spielt weiß selber G5 er spielt weiß selber G5 und dieser Bauer jetzt behindert durch sein überdeckende Felder F6 und H6 die Entwicklung des schwarzen Königsklügels aber erheblich und der kann zudem noch gestützt werden mit D2 D3 dann deckt ihn ja auch noch der Läufer C1 der Springer könnte nach E4 der kann ja schlecht durch F5 vertrieben werden weil er wird auch ein Passant weggeschlagen also gut kann man auch spielen also dieses G4 hier nach G5 H3 sofort G4 das ist es nicht das kann es nicht sein das Gambit mit der Brechstange lässt sich dann letztlich doch nicht erzwingen und das ist die gute Nachricht aber das ist eigentlich eine Variante die ihr auch dann hier in dem Kurs mit noch weiteren Zugalternativen im Einzelnen nachspielen könnt und das auch solltet weil das ist auch psychologisch noch so ein bisschen die Sorge also als ich angefangen habe das abgelehnte Froben Gambit zu spielen da war ich super entspannt wenn Schwarz hier geschlagen hat und ich habe E4 gezogen ist doch wunderbar jetzt kann man sich einen Kaffee holen jetzt ist erstmal die Gefahr Land unter zu gehen taktisch die ist erstmal sehr weit weg die kann im Schach immer passieren Schach ist ja erfreulicherweise komplex genug kompliziert genug dass immer irgendwas passieren kann oder sich entwickeln kann in eine Richtung die man nicht wollte aber zunächst mal ist Druck aus dem Kessel raus während wenn in der Stellung dann jetzt hier Schwarz G5 zieht da brauchte ich schon eine Zeit um das genauso gelassen anzusehen wie wenn D6 schlägt E5 kommt um dann auch zu finden ja komm H3 nicht zwingend nicht gezwungen sein jetzt dann doch in die Lasker Variante des angenommenen Froben Gambits zu kommen sondern konsequent weiter zu sagen nein ich will kein angenommenes Froben Gambit spielen ich lehne das ab ja ich lehne das ab eine Fortsetzung eine von denen die es da noch gibt kann man noch zeigen mit H5 dann spielt man D4 jetzt G4 ja schlägt Läufer schlägt G4 Läufer F4 Springer C6 Springer C3 und man bereitet weiter die Langenhochade vor das ist einfach viel angenehmer zu spielen als das angenommene Froben Gambit selbst dieses Gambit mit der Brechstange kann Schwarz versuchen und das wird in der Praxis euch wahrscheinlich auch passieren dass es Spieler versuchen aber es ist eben mit der Brechstange deutlich weniger gefährlich und deutlich leichter zu verteidigen als das normale angenommene Froben Gambit damit kommen wir zur letzten Option das sogenannte schlechter Gambit Moment ich den Namen erkläre muss ich schnell das Fenster wechseln dahin ich muss immer lachen wenn ich den Namen höre oder spreche das sogenannte schlechter Gambit F4 E5 schlägt Springer C6 sind wir im richtigen Fenster ja genau das heißt nicht so weil es schlecht ist das heißt jedenfalls nicht deswegen so es ist benannt nach dem Schachmeister Karl Schlechter 1874 bis 1918 das ist schon weichen her aber ist ja kein unbekannter Name in der Schachgeschichte der einige interessante Ideen hatte unter anderem auch das hier das ist eine eine Zugfolge im Froben Gambit die zunächst mal auf D7 D6 verzichtet sondern erst Springer C6 spielt und natürlich mit der Absicht auch ein angenommenes oder ein Froben Gambit zu spielen also D7 D6 soll da natürlich schon kommen aber halt nicht sofort es kommt zuerst Springer C6 so und auch hier spielt man jetzt im Geiste der Ablehnung eines Gambits das noch gar nicht da ist ja und der Geist der Ablehnung heißt dann jetzt Springer F3 G5 E4 Nebenvarianten jetzt D5 schlagen schlagen Springer C3 Weiß hat keine Sorge Nebenvariante D6 ja schlagen tun wir ja nicht auf D6 also werden wir nie tun im abgelehnten Froben Gambit schlagen wir nie E5 schlägt D6 wenn man so will drohen wieder unser massives schlagen auf C6 Läufer D7 D4 G4 jetzt kippt das Spiel von Schwarz will mit der Brechstange auf Angriff spielen zu Weiß ohne Brechstange dreht den Spieß um und ruchiert jetzt hier mal munter zieht den angegriffenen Springer überhaupt nicht weg sondern opfert ihn glaubt es mir oder guckt es du spielst es mal ein bisschen nach schaut es euch mal ein bisschen mit der Engine an Weiß steht auf Gewinn bereits die Figur kann ja nicht schlagen lebensgefährlich also mehr als lebensgefährlich das naheliegende ist aber natürlich nach E4 dass Schwarz den G-Bauern vorstößt und fortsetzt und G5 G4 spielt und mit diesen Stellungen hatte ich auch eine Zeit lang so meine Schwierigkeiten aber letztlich ist es einfach jetzt steht Springer G1 zurück jetzt sieht den Springer einfach nach G1 zurück es gibt ja hier hat ja weiter Läufer D7 D6 Läufer D6 und so hat ja noch gar nicht stattgefunden der Einzige der hier nach hier gucken würde wäre die Dame auf H4 na gut die bekommt mit G2 G3 einfach einen Tritt dafür braucht den Springer nicht auf F3 man zieht einfach den Springer nach G1 zurück na gut dann hole ich tritt gegen den Springer E5 drittens wenn der Springer weg zieht kann man sich ernsthaft überlegen vielleicht mal den Gambit bauen hier zu nehmen das kann es also nicht sein Springer G1 im Geiste des From Gambits jetzt D6 ja dann wieder nicht schlagen also man kann sich einfach merken wenn man das abgelehnte From Gambit spielt dann schlägt man nie auf D6 also das hier das machen wir nie wenn wir das nicht machen dann spielen wir jetzt Springer D4 weil ist das wirklich eine Drohung ja zieh mal den vor im abgelehnten From Gambit blockiert der eigene schwarze Bauer E5 jegliche Aktivitäten eines Läufers von D6 nach H2 runter und das ist ja der Kern des From Gambits nicht das alleinige aber der Kern so hier nach D5 ja der Springer zieht zurück nach E7 weiß hat keinen Bauern mehr aber weiß hat gutes Spiel ist jetzt keine Widerlegung also weiß steht nicht auf Gewinn aber weiß steht etwas besser hat gutes Spiel und auch wenn ich mich da wiederhole schwarz hat nichts auf dem Brett was irgendwas mit Form Gambit zu tun hat im Sinne von schwarzes Angriffsspiel das können jetzt beide Seiten spielen und weiß muss nicht die Sorge haben in eine vorbereitetes in einen vorbereiteten Gambit Angriff Königs Angriff hinein zu laufen er muss auch keine Sorgen haben dass schwarz der vielleicht oft das Froben Gambit oder öfter das Froben Gambit spielt das Angenommene sich dort besser auskennt mehr Erfahrung mit Stellungstypen hat mit dem Stellungstyp hat überhaupt keine Erfahrung das heißt letztlich würde ich sagen ja sowohl dieses abgelehnte schlechter Gambit wie auch das Gambit mit der Brechstange das sind eigentlich die Sachen die man sich mit weiß ein paar mal öfter angucken muss um seine eigenen Nerven zu beruhigen um eben zu erkennen und zu verstehen und zu verinnerlichen dass das keine Fortsetzungen sind die einen dann doch auf die Abwege des angenommenen Froben Gambits mit Zukunftstellung hinbringen und das normale abgelehnte was wir in den Hauptvarianten gesehen haben weiß da überhaupt keine Sorgen hat das zu spielen damit kann man meines Erachtens dem Froben Gambit insbesondere den psychologischen Stachel ziehen es ändert nichts daran dass die Annahme des Froben Gambits rein schachlich betrachtet nach eröffnungstheoretischen Auswertungen nach Engine Analysen für weiß das Beste ist aber es ist eben mit so viel Risiken behaftet und erfordert so viel Vorbereitung die jetzt schon mal rein aus Effizienzgründen man in die anderen in die Hauptsysteme der der Behörderöffnung stecken sollte statt in das Froben Gambit und wenn wir das Ganze hier angefangen haben mit einem abschreckenden Beispiel nämlich einer Partie aus der russischen U20 Meisterschaft aus dem letzten Jahr wo ein sehr starker Weißspieler im angenommenen Froben Gambit so furchtbar untergegangen ist dann beenden wir das Ganze jetzt mit dem umgekehrten und Partie Beispiel nämlich wie man mit dem abgelehnten Froben Gambit gegen einen stärkeren um nicht zu sagen viel stärkeren Spieler gewinnt und das sogar als Amateurspieler als Online Schachspieler und da habe ich folgendes Motivations Beispiel wo ich das Fenster wechsel Fenster wo bist du da bist du Moment da muss ich aber erst in die Grundstellung zurück gehen sonst verrate ich euch zu viel ich zeige euch hier eine Schnellschachpartie 15 plus 10 also jetzt nicht irgendwie so 10 plus 0 oder so 15 plus 10 also 15 Minuten Grundbedenkzeit 10 Sekunden Inkrement dazu sage ich immer Wladimir Kramnik Respektmodus mit Inkrement wer nicht weiß was das mit Wladimir Kramnik zu tun hat der google mal unter Kramnik und Vincent Kaimer und Flecken und Inkrement da wird er schon was finden im 15 plus 10 Modus die habe ich gespielt selber der Moritex hier selber und zwar vor wenigen Wochen Ende März 2023 gegen einen Online Spieler mit dem schönen Namen mit dem Nickname Defensdrator so Nicks sind ja immer eine Sache aber es ist immer schön wenn man bei bestimmten Spielern auch dann wenn wir die in ihr Profil auch reinschreiben wie sie wirklich sind und der Schwarzspieler hier ist niemand anderes als ein National Master aus den USA Brian Weiss oder wie immer er sich ausspricht mit SZ wenn ich das falsch ausspreche möge ich es mal bitte nachsehen Brian Weiss noch relativ jung der im letzten Jahr in 2022 National Master geworden ist ja der hat also ein amerikanisches USCF-Wating von knapp unter 2200 und National Master ist natürlich für einen Amateurspieler wie mich eigentlich eine Nummer zu hoch also ein Titelträger und da komme ich mit meinem Arena-Großmeister-Titel wo sich ja schon Vereinsspieler darüber kaputt lachen da kann ich natürlich nicht nicht behaupten dass ich auf dem selben Level bin und das ist möglicherweise dann auch der Grund warum Brian Weiss hier gegen mich in der Schnellschaftspartie auch das Froben-Gabit gewählt hat macht ja Sinn der stärkere Spieler sagt sich ich renne jetzt den schwächeren Weissspieler taktisch über den Haufen F schlägt E5 D6 Springer F3 ich spiele natürlich die Ablehnung des Froben-Gabits D schlägt E5 E4 naja da geht es schon los jetzt hier alternative Leichtfigurenentwicklung Schwarz spielt Springer F6 und Weiss spielt C3 wohl wissend und das hat natürlich auch Schwarz hier gesehen dass das nicht geht wegen Dame A4 Schach und die Figur und die Partie ist verloren nein so einfach so einfach geht es dann leider gegen einen Titelträger auch nicht Schwarz spielt Springer C6 und deckt jetzt den Bauern E5 und außerdem jetzt ginge das ja vielleicht weil jetzt ist ja das hier Dame A4 kein Schach mehr da steht ja so Springer C6 im Weg gut was spielt Weiss ich hätte fast gesagt Plan F nämlich Läufer B5 oder Plan A wie auch immer den Standardplan Läufer B5 um auf C6 zu tauschen und hier ein Doppelbauen zu machen und Schwarz sagt sich ich spiele taktisch und das ist auch für einen Titelträger hier für einen National Master auch völlig nachvollziehbar und damit muss man auch rechnen das ist jetzt zwar nicht gerade das Gambit mit der Brechstange aber Schwarz hat mit im Gambitstil angefangen und im Angriffsstil angefangen und bleibt dem Stil doch jetzt erstmal treu und schlägt jetzt hier auf E4 also Komplikation na gut Dame E2 naheliegender Zug und der Springer geht nicht nach F6 zurück sondern nach D6 weil ich sage naja hier ziehe ich ja quasi zurück mit Angriff auf den Läufer B5 auf der anderen Seite steht aber jetzt natürlich nicht nur der weiße König in der in der E-Linie die gleich ganz offen wird sondern der Schwarze auch und die weiße Dame ist ja schon mal da also eine Schwerfigur und zwar eine Weiße steht schon mal in der Linie deswegen Springer schlägt E5 jetzt drohen ja auch Abzugsschach und ähnliches Schwarz hält die Komplikation noch ein bisschen aufrecht schiebt noch einen Damenschach dazwischen um G2 G3 ja ist erzwungen aber auch also würde schon sagen zu provozieren und danach erst nach E7 zu spielen die Dame Springer schlägt C6 Dame schlägt E2 und jetzt ganz wichtig nicht mit dem König schlagen schlägt man mit dem König zurück schlägt der Schwarze Springer auf B5 da muss der angegriffene weiße Springer weg der wird nochmal getreten dann muss nach F3 zurück da steht jetzt eher Schwarz besser Schwarz hat keine Bauernschwächen dafür das Läuferpaar Schwarz kann auch noch zügig hochieren weiß ein bisschen umständlicher also da steht jetzt eher Schwarz besser als als Weiß aber ist ja gar nicht vonnöten denn auf Dame schlägt E2 schlägt Weiß natürlich mit dem Läufer weil jetzt muss ja die Figur zurückgenommen werden auf C6 und jetzt haben wir die Bauernschwächen auf Umwegen aber im Prinzip dasselbe das Prinzip das Motiv die Idee die Funktionalität des Ganzen ist dieselbe Schwarz hat das Läuferpaar Dynamisch Quatsch hat gar nicht das Läuferpaar noch nicht mal das Läuferpaar Weiß hat ja hat ja mit dem Springer auf C6 tauschen können und musste nicht den eigenen weißfälligen Läufer nehmen also Kommando zurück Weiß hat Schwarz hat nicht mal das Läuferpaar Weiß spielt D4 Schwarz spielt Läufer E6 Weiß spielt Läufer F4 und Schwarz ruchiert lang ob das jetzt in dem Geiste ist dass der Titelträger hier gegen den Amateurspieler noch vielleicht dann doch noch was verschärfen will mit langer Chochade aber auf jeden Fall wähnt Schwarz es für unkompliziert oder für gefahrlos lang zu chuchieren obwohl ja hier ein riesiges Loch im Grunde genommen ist das ein großes das gehört das mit zum Loch entstanden ist weil naja die Damen sind ja weg und abgetauscht was soll dem schwarzen König passieren da gibt es ja allenfalls mal hier so eine Art Rache Schach aber dann geht der König halt nach B8 und was soll passieren hier das dauert ja ewig bis hier Bauernvorstürmen und ohne Dame wie soll daraus ein Angriff gegen den schwarzen König entstehen also Schwarz ahnt nichts Böses Springer D2 Läufer D5 kurze Ruchade und Schwarz ahnt immer noch nichts Böses wobei jetzt auch unabhängig von taktischen Sachen ist natürlich schon B4 und A4 etwas auch wenn es nicht als Angriff gegen den schwarzen König gespielt wird die Stellung von Weiß weiter ein Stückchen verbessert so dass man hier jetzt wahrscheinlich A5 mit Schwarz hätte spielen sollen um das zumindest dieses B4 ein bisschen zu zu erschweren aber Schwarz sagt sich ich spiele aktiver und Spielspringer E4 tauschen tauschen Tom A E1 so jetzt droht man zumindest schon mal hier so ein Abzugsschach und Figurengewinn das ist eine platte Drohung die ist jetzt nicht besonders versteckt nicht besonders originell und Schwarz zieht den Läufer weg jetzt kommt aber das Schach trotzdem und Schwarz hat nichts Böses und spielt König B8 und damit ist die Partie verloren Schwarz hat nichts Böses und bis hin erzwungen war tatsächlich König D7 aber auch dann steht Weiß besser aber nach König B8 was weiß was Schwarz übersieht ist dass Türme über die dritte Reihe hier rüber kommen können und dann ist der Angriff gegen den schwarzen König der nicht mehr hier rauslaufen kann lebensgefährlich beziehungsweise nicht mehr zu verhindern und das einzige was die weißen Türme davon abhängt weiß muss nicht angreifen indem er erst die Bauern nach vorne stößt die Bauern die bleiben wunderbar hier stehen die Bauern brauchen wir gar nicht dafür weil die B-Linie ist ja ab B3 bis B8 ist ja schon halb offen also muss man eigentlich nur mit den Türmen vor den B2 Bauern kommen um Ungemach anzurichten und das einzige was im Weg steht dafür ist der weiße Bauer C3 der stört ja du ziehst mir einfach vor stört er nicht mehr C4 mit Tempo vertreibt den Läufer nach E6 ja und jetzt kommt Turm F3 Schwenk hierüber Schwarz schlägt noch auf D4 aber nach Turm B3 König A8 und Läufer C7 gibt er auf denn es droht sowohl das Matt auf B8 wie das Matt auf B7 beides kann man nicht vermeiden irgendwie sowas jetzt hier Läufer C5 um hier Abzugsschach zu drohen und sich vielleicht dazwischen zu stellen ist es schon passiert Matt neben dem Schlagen auf D4 wäre noch König E8 aber auch dann Turm B3 ist auch verloren so ist natürlich schöner Turm B3 König A8 Läufer schlägt C7 und Schlussstellung das als Motivierungs oder Motivations Beispiel für eine Partie im abgelehnten Formgambit gegen einen Titelträger und National Master Brian Weiss der einfach dann hier auf dem falschen Fuß entwicht wurde aber der dann auch durchaus versucht hat es noch mit dem Schlagen Springer schlägt E4 kompliziert zu halten aber das kann man dann eben mit Weiss viel leichter spielen und den dabei jetzt auch hier in dieser Partie entstandenen taktischen Motiven viel besser und leichter begegnen als im normalen angenommenen Formgambit weil es da eben deutlich unübersichtlicher ist und es da auch lange nicht so konkret wird man kann ja Drohungen die konkreter sind leichter berechnen und denen begegnen als sozusagen einem Gewusel von Drohungen dass man die eigentliche Gefahr sieht wenn es zu spät ist und dem kann man umgehen dem kann man ausweichen wenn man das Formgambit abgelehnt und damit eben absolut die Schärfe nimmt das Gefahrenpotenzial nimmt und eben sich selbst auch entspannt ja also Börtspieler sind eigentlich eher jetzt nicht entspannte Menschen weiß ich nicht so viel kenne ich gar nicht aber ich bin auch erst ein bisschen entspannter aber Börtspieler suchen mit ihrem eigenen Eröffnungsreprach war Börth nicht den nicht das Schäfermatt ja also wir sind durchaus auch Angriffsspieler das sieht er ja hier also ich meine das kann man schon als einen wunderschönen Königsangriff bezeichnen also wo sich die Gelegenheit ergibt aber wir bauen wir spielen nicht die Börtereröffnung um bewusst und zwingend auf solche wilden Aktivitäten auszugehen das ist jetzt kein Blumenfeld Gambit oder Volga Wenko Gambit oder was auch immer aber wenn Schwarz das Froben Gambit spielt dann will er genau das und wenn man mit Weiß jetzt nicht die Nerven hat oder einfach die Nerven nicht haben will und sagt das ist nicht mein Spielstil mich jetzt durch die Annahme des Gambits noch 20 oder 25 Züge kompliziert und anstrengend zu verteidigen und dann mit einem Mehrbauern ins Endspiel zu gehen und das dann zu gewinnen da habe ich keinen Spaß dran weil das wird ja auch oft genug schief gehen und da bin ich frustriert dann ist die Ablehnung des Froben Gambits die hier gezeigte meines Erachtens genau das Richtige um eben das Froben Gambit Froben Gambit sein zu lassen zu sagen ja wenn das passiert passiert es halt aber dann lehne ich es ab und alles wird gut und ansonsten freue ich mich die ganz am Anfang dieses Videos gezeigten Systeme auszuprobieren klassisches System Leningrader Stonewall vor allem aber den einfachen Feuervogel mit dem Damenferen Schetto den ich insbesondere den Einsteigern sehr ans Herz lege und die Börteröffnung ist hervorragend geeignet als Komplettrepertoire für Einsteiger und Fortgeschrittene nicht nur als Ergänzungswaffe wie es Großmeister tun und das jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss um ein bisschen zu zeigen wo auch der Reiz der Börteröffnung auch drin liegen kann als Katakamski seiner Zeit also heutiger Supergroßmeister und zu seiner Jugendzeit war ja ein Schachwunderkind und der die Schachszene aufgemischt hat und der dann mal eine Pause eingelegt hatte und was anderes macht ich glaube er hat studiert oder so er hat jedenfalls mehrere Jahre lang nicht professionell Schach gespielt und als er wieder zurückkam der ist jetzt ja auch wieder aktiv ist ja auch Streamer und den kann man eben dann auch auf Twitch sehen Katakamski als er wieder zurückkam in die Turnierpraxis als Profispieler da hat er ja ein bisschen was aufzuholen in Sachen Eröffnungstheorie also da hat er sich ja bei den üblichen Eröffnungen den üblichen Verdächtigen Sizilianisch Neidorf Spanich was auch immer hat er sich ja schon was getan das musste er ja da war er ja im Nachteil weil er eine Zeit lang draußen war was hat er da gemacht was hat er mit Weiß mit Weiß gespielt um diesem Nachteil zu entgehen er hat die Börteröffnung gespielt er hat mit Weiß ganz bewusst F2 F4 gespielt weil er wusste in der Börteröffnung tut sich nicht so viel eröffnungstheoretisch auch wenn ich mal hier was Neues erfinde wie das abgelehnte Frobengebiet da interessiert die Großmeister ja nicht oder eher weniger da tut sich eröffnungstheoretisch nicht so viel so schnell was wie in den ganzen Modeeröffnungen und er wusste natürlich auch mit der Börteröffnung mit Weiß da hast du vielleicht nicht aus der Eröffnung so einen großen theoretischen Vorteil wie in anderen Eröffnungen du hast aber auf jeden Fall keinen Nachteil mit Weiß da kommst du vielleicht nur ausgeglichen oder mit einem leichten Vorteil mit Weiß aus der Eröffnung heraus aber du musst dir keine Sorgen machen dass du weil du länger nicht mehr gespielt hast irgendeine Variante nicht kennst irgendeine Falle die Großmeister um dich herum alle kennen und die hast du nicht mitgekriegt und die hast du noch nicht nachgelernt das kann dir in der Börteröffnung nicht passieren das heißt du kommst mit Gleichausgleich oder etwas besserer Stellung mit Weiß aus der Eröffnung heraus und dann gewinnt halt der bessere Spieler und das Schachspielen hat er ja nicht verlernt in der Zeit und da hat er vielleicht ein Remis mehr oder wen mehr gemacht als mit einem anderen Repertoire aber er hat erfolgreich gespielt so ist er wieder in die Turnierpraxis zurückgekommen ja und also dann würde er alles drauf für uns Amateurspieler sieht die Sache anders aus wir können Börter spielen von morgens bis abends und quasi ausschließlich F4 spielen und Gegner damit A überraschen aber es ist keine Überraschungswaffe sondern es sind schöne einfache Pläne oder einfach zu verstehende und damit auch gut zu spielende Pläne und Motive für Weiß mit denen man gerade als Einsteiger und als Fortgeschrittener sehr viel Erfolg haben wird das ist jedenfalls meine Erfahrung in dem Sinne wünsche ich viel Spaß mit der Börtereröffnung im Allgemeinen und im Besonderen mit dem Feuervogel und vor allen Dingen zieht den wilden Angriffsspielern die das Froben Gambit gegen euch aufs Brett zaubern wollen einfach den Zahn indem ihr es wie hier ausführlich gezeigt entspannt ablehnt und fast fast eine Nase zeigt und das Spiel in komplett andere und für euch als Weißspieler viel entspanntere Bahnen lenkt in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen jetzt stürzt euch auf die Varianten ich werde versuchen etwaige Fehler auszumerzen oder Dinge noch zu verbessern und dann sehen wir wie es weiter geht vielen Dank und Tschüsschen und dann sehen wir wie es weiter geht und dann sehen wir wie es weiter geht Untertitelung des ZDF, 2020